Und immer und immer wieder sagt er das und wiederholt das in unzähligen Versen des Korans. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Mohammed sagt, dass der Herr Jesus Christus als Richter der Welt kommen wird. Als Richter! Da fragen wir uns allen Ernstes, ja dann teilt der Allah schon wieder seine Allmacht, Allwissenheit und alles Mögliche nur mit Jesus. Das ist der Wahnsinn. Ich sage euch, ihr Muslime, ihr wurdet von Allah getäuscht. Ihr wurdet von Allah getäuscht, dank Gott. Ihr wurdet allesamt getäuscht vom Widersacher. Hast du gesehen, wie sie Alvaro bedrängt haben, nachdem er Jesus angenommen hat? Ja natürlich, natürlich habe ich das gesehen. Das war auch Riesenchaos da. Also man holt nicht so sechs, sieben Leute und lässt alle querbeet reden. Man holt eher einen und lässt dann in einem ruhigen Verfahren reden. Natürlich kann es hier und da hitzig werden. Aber wenn acht Leute quer durchreden, dann wird es ja wahnsinnig, wirst du da hin. Ja natürlich, der Alvaro hat sich dann Gedanken um seine Ewigkeit gemacht. Das ist das letzte Gespräch, als ich mit dem das geführt habe. Danach hat er sich entschieden für Jesus Christus. Heftig, ne? Und er hat sich für Jesus entschieden. Da siehst du, auf der anderen Seite hast du so eine gehirngewaschene Nicole mit ihren 150.000, die auf einmal Werbung für den Islam macht. Und dann hast du aber auch Alvaro, der auch mit 150.000 oder 60.000 Werbung für Jesus Christus macht. Siehst du? Das ist wie so ein Tauziehen. Merkt ihr? Die Kämpfer des Lichts mit den Kämpfern der Finsternis, ne? Krieger des Lichts und Krieger der Finsternis. Schlo-Mo war gut. Ist das? Ist das Schlo-Mo? Armin, willst du nicht bei der Debatte bei Alvaro teilnehmen? Wo, wann? Wer? Wer will mit Dr. Scherabuamita rumdiskutieren? Wer will da diskutieren? Wer? Wer will da rumdiskutieren? Heute 20 Uhr. Aha, dieser Taurit. Taurin. Urin. Taurin. So, an dem wir da rumdiskutieren, nicht? An dem wir da rumdiskutieren. Wenn sich schon einige Leute da hingestellt haben und diskutieren wollen, dann ist das doch okay. Der Typ, der Typ stellt sich da hin, als wäre der so der übelste islamische Apologet und weiß noch nicht, wer Al-Burak ist. Ich meine zwei Wörter englisch versteht. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Ey, Mann, Mann, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin schon wieder hier gelandet, ja. Ich bin schon wieder gelandet, ja. Keine der crawler. Oh, shit. Ich bin schon wieder gelandet. 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 Hier ist ein bisschen wie wilderang. Oh, das ist schön. Ich muss mal ganz kurz mal was gucken in dem Moment, ich bin gerade abgeräumt. Lass mal ein Luki-Luki machen. Luki-Luki. Luki-Luki. So, wo ist denn der Gänzchen? Wo haben die Mossadagenten mich denn hingeschickt? Wo muss ich hier hin? Wo muss ich zu meinen Mossadagenten? So, was haben wir denn hier? Mossad-Schlomo, okay. Mossad-Schlomo ist jetzt nicht. Mossad-Schlomo ist mal was. Mann! Ach, hier lebt mich das auch weit, wenn ich endlich fasse. Liegen, Fressen. Jesus ist Gott, Amen. Hallo, Amir, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Du, Amir, kennst du die Stelle Genesis 6, 6? Ja, Gott reute. Genau. Aber, ehrlich gesagt, wo ich das gelesen habe, hat mir das auch ein bisschen zum Nachdenken gedacht. Weil, bereuen, das heißt, wie kann Gott seine Schöpfung also bereuen? Er wusste doch schon vorher, er ist ja allmächtig. Aber wenn man eine Wortstudie unternimmt, dann heißt das, das hebräische Wort, das heißt gar nicht bereuen, das heißt traurig. Ja genau, Gott zeigt ja auch Emotionen. Der Herr hat uns ja mit freiem Willen ausgestattet und wenn zum Beispiel die Menschen sich für einen ekelhaften Weg entschieden haben, natürlich macht den Herr das traurig. Verstehst du? Genau, genau. Das heißt bereuen, das hat null damit zu tun, dass halt Gott wie so ein Mensch, ach hätte ich die Menschheit nicht. Nein, das ist falsch. Die Leute machen sich ja keine Gedanken darum, wie man mit der Bibel umzugehen hat. Wortstudienunternehmen, was könnte man noch daraus machen, wie ist der Satz wirklich zu verstehen und und und. Mal ein bisschen tiefgründiger nachdenken. Genau, und der Pierre Vogel meinte zu dem Satz, da hat er gesagt, ja da merkt man, dass die Tora verfälscht wurde, weil Gott kann nicht bereuen. Er selbst hat noch nicht mal eine Wortschule unternommen und redet sowas. Ja, aber sein Allah ist doch auch ständig am bereuen. Er macht auch die ganze Zeit Tauber. Bereuen heißt Tauber machen. Genau. Und der Allah sagt in sehr vielen Versen, dass er selber Tauber und die Tauber der anderen annehmen wird. Er macht Tauber und er ist derjenige, der reumütig den Menschen sich zuwendet. Genau. Aber es ist schade, Amir, weil wieso benutzt man das Wort? Also ich habe auch, die Schlachter ist ja eigentlich wirklich eine gute Übersetzung, sagen wir mal so. Aber ich verstehe nicht, wieso die dieses Wort eingefügt haben, weil das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man bereut oder traurig ist. Aber weiterhin nutzt man dieses Wort bereuen, weil wenn das viele lesen, denken sie, vor allen Dingen Muslime sagen dann, ach, guck, ich verschillere mich. Warum? Ja gut, Gott kann ja auch einen Ausdruck der Reue zeigen. Wie nennt man das? Gefühle ausdrücken. Verstehst du? Der Herr drückt Gefühle aus. Er ist ja ein Wesen, das auch Gefühle hat. Das ist natürlich traurig, wenn wir uns zum Beispiel für einen sehr, sehr bösartigen Weg entscheiden. Aber wie der glücklich ist, Gott kann ja auch glücklich sein damit, dass du auch wieder zurückkehrst zu ihm. Genau. Aber dieses 6, Genesis 6, 6 heißt nicht, dass Gott bereut, so wie ein Mensch in dem Sinne, ach, hätte ich mal bloß die Menschheit nicht geschafft. Nein. Weil viele verstehen das so, das ist falsch. Ja genau, der Herr bedauert, dass die Menschen sich für so einen Weg entschieden haben. Natürlich zeigt er diese Trauer in sich und alles. Verstehst du? So wie der Herr das ist. Der Herr ist ja auch Liebe. Ja, das wollte ich nun mal erwähnt haben, weil viele TikTok-Missionare bauen sich auf diesen Satz, auf diesen Vers drauf auf, in dem Sinne, ach, guck, die Bibel und hier und da. Und wollte ich halt nun mal klarstellen, dass das nicht bereuen heißt, indem sie... Leute, warte ganz kurz. Merkt euch das. Wenn die Muslime mit 1. Buch Mose Kapitel 6... Was war das? 3. Buch Mose war das? Numeri? Genesis 6, 6. Genesis, okay. Also 1. Buch Mose 6, 6. Wenn sie also mit diesem Vers kommen, dann könnt ihr ihnen entgegenbringen und sagen, ist das ein Grund, Gott abzulehnen, weil er Emotionen zeigt und menschliche Eigenschaften sozusagen an den Tag legt. Würdest du das, wenn du das bei Allah gleicher Fall siehst, würdest du den Islam verlassen, wenn er sagt, ja, zeigt in Surah 2, 256, La Ikraha Fittin, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und dann zeigst du den Tafsib von Ibn Kathir. Er sagt, Allah wundert sich. Allah wundert sich, warum Menschen mit Ketten ins Paradies geführt werden. Allah wundert sich. Ja, wusste Allah nicht, dass diese Menschen mit Ketten ins Paradies geführt werden. Sollen wir jetzt so dämlich vorgehen? Richtig. Was war das für ein Vers nochmal? Surah 2, Vers 256. Allah wundert sich über Menschen, die mit Ketten ins Paradies geführt werden. Okay, ja, da kann man mit diesem Vers kommen. Natürlich. Also wenn du den Ausdruck Gottes, seine Emotionen und alles mögliche, das als Ablehnung Gottes siehst, dann musst du ja Allah ablehnen, weil er wundert sich ja auch. Und er drückt auch seine Emotionen im Koran ja aus, gegenüber der Menschheit. Genau. Willst du jetzt also Allah ablehnen oder wie willst du das Ganze jetzt machen? Was willst du machen? Ja. Ja, vielen Dank, Amir. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao. So, da bin ich wieder. Ja, was für eine Gesellschaft wir hindriften. Da muss ich auch wieder gerade darüber nachdenken. Wie kaputt. Da gibt es Leute hier in den Schulen, so Kids, 15, 16 Jahre, die wollen Scharia durchsetzen und die anderen muslimischen Kinder so fertig machen, die nicht nach dem Islam leben und Andersgläubige zu ihrem Glauben bewegen. Also nach dem Motto, ihr nehmt den Islam an, bevor wir eines Tages die Mehrheit bilden und dann musst du dich unterordnen, ne. Das ist das. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Mehrheit in den Schulen fast schon muslimisch ist, dann siehst du, wie sich das System nach und nach für die Muslime entwickelt. Das beste Beispiel ist ja auch dieses Ramadan, ne. Ihr seht ja, vor einigen Jahren war es ja noch undenkbar. Aber weil Muslime immer weiter gewachsen ist, die muslimische Community, hat die Stadt natürlich direkt gehandelt und Ramadan hier und da und jenes, ne. Das ist klar. Ich habe letztes Mal einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo jemand das nochmal richtig auf den Punkt gebracht hat. Und dass, wenn die Muslime immer weiter wachsen, sie fordern und das System sich dann ihnen anpasst, weil sie die Mehrheit bilden, ne. Das durfte eigentlich nie geschehen, das, was jetzt geschieht. Man hätte ihnen klare Signale senden sollen und sagen, nein, so wie ihr niemanden Religionsfreiheit gewährt, so dürft ihr als Religionsgemeinschaft auch niemals in irgendeiner offenen Gesellschaft akzeptiert werden. Weil wir sehen, was eure Schriften für einen Wahnsinn beinhalten. Wir lassen es niemals zu, dass ihr hier Religionsfreiheit genießt. Ihr dürft weder Werbung für eure Religion machen, ihr dürft das in euren Wohnungen ausleben. Ihr könnt euch gerne mit euren Leuten treffen und ein bisschen beten und so. So solltet ihr wagen, Werbung außerhalb eurer Wohnung für den Islam zu machen, steht es unter Strafe, weil ihr Menschen dadurch gefährdet. Und wir wollen dieses System niemals durch irgendein anderes System, was natürlich Menschenverachtender nicht geht mit der Scharia, wollen wir hier etablieren. Niemals. Ja, hol Muslime hoch, Rami. Ja, hol Muslime hoch. Guck mal, wer hier kommt. Ein Kind. Hallo, mein Lieber. Ja. Kennst du mich noch? Ja, du bist doch der, der Serpikamellorien zu sich nimmt, ne? Nein, nein, nein. Bin kein Zunni, alles gut. Ach so, dann bist du ja derjenige, der die Pisse und die Kug von seinem Imam und isst und trinkt, ne? Das sagst du jeden Tag, aber hast mir seit einem Jahr kein Hadith dazu gebracht. Ja, kann ich dir sofort geben, kein Problem. Danke, mein Lieber. Ja, pass auf. Kannst du das gleich in die Kommentare und ein Schreiben, damit ich ein Screen machen kann und nachgucken kann? Ja, wir können das gleich machen. Danke. Aha. Ich dachte, du bist ja am Fasten. Heute nicht. Ach so, stimmt ja. Morgen bist du wieder am Fasten, ne? Mal gucken, wenn es mir besser geht. Ah, okay, sehr schön. Wundervoll. Machen wir weiter. Hier. Einer der bekannten Schiiten mit dem Namen Mullah Zayn al-Abidin al-Kalbakani sagte in seinem Werk Anwar al-Wilaya auf der Seite 330 bis 339. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass von dem Unschuldigen gemeint ist, Ali, dass sein Blut, Urin und Kot sauber und rein ist. In dieser Angelegenheit gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber was stimmt ist, was stimmt ist, so wie er sagte, dass der Kot und der Urin rein sind. Also ist das Blut, Urin und der Kot von reinen, unschuldigen Menschen wie Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein und dergleichen rein. Und es gibt nichts Schlimmes daran. Weiter schreibt er, beim Gebet muss man sich vor denen nicht fernhalten. Ähm, warte. Fernhalten. Dessen Urin und Kot riecht sehr schön und wer sogar deren Urin und Blut trinkt, den Kot isst, für sie hat Allah das Höllenfeuer für verboten erklärt und sie kommen ins Paradies. Anwar al-Wilaya, Seite 330 bis 339. Sehr schöne Religion hast du. Schön kacken. Kannst du das in den Kommentaren schreiben? Da kannst du ja, ich buchstabier es dir. Du weißt ja, wie Anwar geschrieben wird. A-N-W-A-R I-H-A-N-W-A-R Al, Anwar, Al Wilaya, W-I-L A-Apostroph W-I-L W-I-L A-Apostroph Y-J Ne, Y-A Seite 330 bis 339. A-N-W-A-R Hab ich gesagt, W-I-H-A-R Ich weiß, welches Buch du meinst. Ja, ich weiß, welches du meinst. Dieses, äh, ja, ich muss mir das nach, äh, ich muss nachgucken. Und dann komm ich wieder hoch. Und ja. Okay, bis spät. Es wird mir da zehn Minuten zusammen. Müsst ihr euch mal vorstellen, die essen die Kacke und die Pippi von ihren Imamen. Die Scheiße und die Pisse von ihren Imamen fressen. Und dann wird das Höllenfeuer denen verwehrt. Genau wie als Mohammed in seine, in seine Schale abends urinierte und die Sklavin sein Pisse getrunken hat. Und Mohammed, anstatt er sich ekelt vor der Frau und sagt, bist du krank? Was trinkst du meine Pisse? Da sagt der Mohammed eiskalt, diese Frau hat sich mit meiner Pippi des Höllenfeuers verwirrt, eine Schutzmauer gebildet. Habt ihr das gesehen? Danke. Also man kann sich, ich stelle dir mal vor, man müsste der Nicole das sagen. Nicole, wenn du die Pisse und die, den Kot und den Urin von den Imamen trinkst und isst, dann wird dir das Höllenfeuer verwehrt. Mach mal ein Video, wo du mit 150.000 Abonnenten den Leuten näher erklärst, dass du die Pisse und die Scheiße von Imamen trinken kannst und essen kannst. Im Islam. Dass du dir unter Umständen einen Dildo reinhämmern darfst. Nicole. Al-Ikrimbic heißt das. Nicole, ist das die Religion, wo du deine kleinen Kinder verfrachten möchtest, Nicole? Al-Ikrimbic? Möchtest du mal über diese Themen reden, Nicole? Nicole. Ja? Ein Leben-Teil, das so geformt ist wie ein PNIS? Was ist denn der Unterschied zwischen euch und Beate-Use-Kanal? Was ist der Unterschied zwischen Islam und Beate-Use? Unfassbar. Und deine gehirngewaschene Freundin ist doch dreimal, zehnmal schlimmer wie du. Unfassbar. Steh mal vor, man müsste denen das sagen. Ja, auch die, wenn du also unter Begierde leidest, dann hat unser Imam gesagt, dass du unter Umständen einen Lederteil, das so geformt ist wie ein PNIS, das darfst du dir dann einführen, wie so eine Sauglocke. Absolute Geisteskrankheit. Und für so einen Müll macht die Werbung, das müsst ihr euch mal geben. Anstatt du dich erstmal hinsetzt, erstmal liest und keine Werbung für diese Religion machst und dann am Ende sagst, okay, ich habe mich auch mit den kritischen Punkten des Islams beschäftigt und ich kam zu dem Entschluss, dass diese Religion absolut bösartig ist. Oder dann hättest du Pro und Contra gesagt. Aber nur die schönen Seiten zu sehen und die brutalen Seiten außer Acht zu lassen, das macht ja gar keinen Sinn. Denn der Islam muss ja auch den Wahnsinn standhalten. Unfassbar. Stell dir mal vor, du hast eine Tochter und kannst ihr sagen, meine Kleine, wenn du irgendwann mal unter Begierde leidest, dann hat unser Imam Ibn al-Khaim gesagt in seinem Buch Bada al-Fawait im vierten Band auf der Seite 94, dass du dir unter Umständen ein Al-Ikrimbic reinhämmern darfst. Wer von euch Muslimen macht so einen Dreck denn, Mann? Wer von euch Muslimen bringt sein Kind denn sowas bei? Geschweige denn seine Cousine, Tante, Oma, Nichten? Wer macht sowas, Mann? Was seid ihr für eine Glaubensgemeinschaft, ey? SEX mit Tieren, mit Toten, alles, alles gibt's bei euch. Und dann sagt ihr mir, das ist die Religion Gottes? Ich fahr lieber zur Hölle anstatt ich eure Religion folge. Wenn das die Religion Gottes ist. Unfassbar. SEX mit Tieren? Über solche Themen redet ihr? Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Ich könnte dieses ganze Telefon zusammenschreien. Wie bekloppt muss man sein im Zeitleiter des Internets, sich für den Islam zu entscheiden? Wie verstörend. Aber Gott sei Dank habt ihr den WhatsApp-Kanal. Da hab ich das als Beweis noch mal für euch reingepostet, auch mit der arabischen Quelle. Sodass die Muslime selber nachschlagen können und sehen, dass der Armee recht hat. Ja, dass die Muslime sich da ein Dildo reinhämmern darf und alles. Heftig. Absolut verstörend. Stell dir mal vor, Roger Libby würde über solche Themen sprechen. Ich würde persönlich nach Schweiz fahren und ihm sagen, Mann, du tickst nicht ganz richtig. SEX mit Tieren? Man muss sich danach waschen. Und das würde die Pilgerfahrt zum Beispiel nach Rom nicht annullieren. Absolut krank, Mann. Absolut krank. Stell dir mal vor, wir haben einen christlichen Gelehrten. So einen Bruder, der über solche Themen... Ich kipp gleich um, ey. Ich kipp gleich um. Das kannst du keine Witzel. Ey, du. Wenn du also nach Rom pilgerst und SEX mit einem Tier hast, dann musst du dich waschen und das annulliert auch nicht deine Pilgerfahrt. Absolut verstörend, ey. Oh, Herr Jesus Christus, stell uns bei. Was ist das für ein Glaube? Was ist das für eine Religion, ey? Wassermelonen? SX mit Wassermelonen? Ich komme jetzt gleich wieder, ey. Bitte, ihr Lieben, isst nur Wassermelonen, nicht euch daran bereichern. Ich habe eine Frage, wie kommt ein Gurt aus einer Moschee von einer Frau mit Blut und so? Ja, da musst du Allah fragen. Der hat ein sehr, sehr sexy Schienbein. Der rasiert sich immer sein Schienbein mit Gillette mach sieben. Das geht nicht. Gurt, Gurt, ein Gurt. Kommt aus dem Moschee von einer Frau, das geht nicht. Ja, aber das Allah in die Vagina, warum redest du so? Ist das normal? Aber das Allah in die Vagina von Mariam einhaucht, das ist okay, nennst du das Sura 66 Vers 12? Nee, das geht nicht. Du bist Araber, ne? Du kommst aus Syrien, ne? Nee, nee, ich komme nicht aus Syrien. Okay, aber du bist Araber, ey? Ja, ich bin Araber. Okay, kannst du den Leuten erklären, was Farjoha heißt? Farjoha. Ja, aber das Jibril, das Jibril. Ja, was hat Jibril gemacht? Erklär mal den Leuten, was hat Jibril gemacht? Guck mal, wann bin ich, wann bin ich, guck mal, wie die Mercedes, wann ich mach, guck mal. Abi, Abi, was hat Jibril gemacht? Was hat Jibril gemacht in Farjoha? Was hat Jibril gemacht in Farjoha? Was hat Jibril gemacht in Farjoha? Okay, da hast du gezählt. Ja, ich klär, ja. Guck mal, wann bin ich, ich mache Robo, das Robo ist Jibril. Ich mache Robo, das Robo ist Jibril. Kannst du mal laut, als wäre ich mir richtig nicht so gut. Guck mal, und da habe ich ein Auto, und das Auto ist Maria. Die Auto ist Maria. Da schickt er der Robo zu Maria, und der Robo macht das in dieser Auto und bekommt und raus, denn Jesus ist ein kleiner Auto. Das war es. Was bedeutet das Wort Farjoha und was hat Jibril gemacht? Erzähl mir kein Auto und wie ist das? Erklär. Guck mal, guck mal, dass das ein Hang, hält er mir hier eine Rede von Autos und so? Das ist ein Hang, das ist logisch, das lebt, das gibt, das ist nicht alle. Aber wann sagst du Gott? Habeb, was bedeutet das Wort Farjoha? Nein, das war es nicht so gut. Habeb, was bedeutet das Wort Farjoha? Was hat Jibril gemacht? Wenn ich, kann ich ein Auto unterdessen, aber ich habe einen Auto. Ich habe hier aus meinem Augenbremchen. Hat er ein Handy von Aldi gekauft? Ehrlich? Verstehe kein Wort, was er da sagt, bei irgendeinem Rauschen. Er wählt irgendwas mit Auto, da kommt ein kleiner Auto. Oh. Machen wir. Hau dir das? Wie ist? Eine Dings mieten, eine Frau mieten, eine Autofrau. Dings, lies diese, hier, die Kette davon, von diesem Aldi. Ich weiß, sie ist unauthentisch, ne? Wie ist die Kette? Ja, ist sie unauthentisch, wie immer, ne? Ja. Ja, natürlich, also die Imame, die das in ihren Büchern aufgeschrieben haben, die wollen natürlich deinen Propheten schaden, ne? Und der Armin, ein bisschen benehmen, würde dir auch nicht schaden. Du bist so wie Paulus. Du sagst zu mir benehmen, aber gehörst einer Religion an, in dem man zu deiner Mama hingekommen kann und mit ihr 30 Minuten verheiraten darf. Du redest vom Benehmen. Deine Mutter wird doch jeden Tag von einem Muslim durchgenommen. Siehst du, wie dein Dreckhaufen du bist? Siehst du, wie mein Dreckhaufen du bist? Das macht deine Religion. Ekelhafter Typ. Da sagt er zu mir benehmen, folgt aber einer Religion, wo Allah ihm Hurerei erlaubt, wo man zu seiner Mama hingehen kann und sie fragen kann nach Mutter. Schau dir das mal an. Und er muss das auch noch für schön erklären. Er muss sagen, oh, das ist aber ganz schön toll. Wie würde Masakra sagen? Ja, also ich sehe nichts Verkehrtes daran. Also wenn jemand zu meiner Tochter käme und mich dann nach der Hand meiner Tochter fragen würde für 30 Minuten, also da hätte ich überhaupt kein Problem, weil Allah subhanahu wa ta'ala das ja auch für uns geoffenbart hat in Suche 4 Vers 24. Sallallahu alayhi wa sallam. Und was er geoffenbart hat, das ist natürlich das A und O für uns. Und wenn jemand Bock hat, dann mit einer weiblichen Verwandten dann von mir dementsprechend dann auch Verkehr zu haben, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Vielmehr macht mir das Problem, dass Wassermelonen von uns dann auch auseinandergenommen werden dürfen. Also, wovon reden werden hier eigentlich? Marseille Krasovic. Krasovic. Amirovic und Krasovic. Ach, das ist so ein Dank. Danke, vielen Dank. Ja. Stellt ihr mal vor, der arme Marcel Kras, was seine Familie... Stellt euch mal vor, ich würde dem Marcel Kras, seiner Familie, das präsentieren, was ich euch alles gezeigt habe. Was sich da alles drin befindet in seiner Religion, in seiner sunnitischen Religion da. Von den Skiern will ich gar nicht reden, die haben auch nochmal den Wahnsinn in sich. Aber wir reden jetzt gerade über den Sunnitischen S-E-X mit Wassermelonen und sowas, was im Islam abgewinnt. Hallo? Geht's? Handel, Jesus. Wie geht's gut? Wie geht's dir? Handel, Jesus. Hast du eine Angst? Keine Angst vor Gott, sei mir ehrlich. Ich habe Angst, aber deswegen bin ich für Jesus Christus gekommen, aber ich habe keine Angst vor einem stimmigen Schienenbein. Stimmigen Schienenbein? Ja. Ja, Allah, bitte. Ich kann dich gar nicht ernst nehmen, weißt du das? Ja, warum kannst du denn Allah ernst nehmen, der einfach nur ein Schienenbein ist? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala der einzig wahre ist, mein gelbter Bruder, ja? Der einzig wahre Schienenbein, hast du recht, ja genau. Schienenbein. Oh, Allah, kann es vor sein, dass ich fast, ja? Warum? Willst du mich dann beleidigen? Nein, ich würde dich beleidigen, ich würde dich auf eine Art und Weise auseinandernehmen, aber ich kann es trotzdem... Du kannst doch, ist doch gar kein Problem, du kannst doch gerne reden. Nein, ich würde mich gerne nicht aufregen, wegen so einem wie du, weißt du? Aber ich rede doch über deine islamischen Schriften, du musst dich eigentlich freuen. Oh, oh, du warst auf Moslem, oder? Ja, ich war mal Moslem, genau. Ich bereue das so tief. Und du bist zum Christentum? Ich bin nicht zum Christentum gekommen, ich bin zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben gekommen. Dein Gott, Jesus Christus, meiner und der Gott von Allah. Ja, mein Gott kann mehr als dein Gott machen. Dein Gott kann noch nicht als eine Moskite zum Leben erwecken. Okay, aber Teip, warte. Du redest ja die ganze Zeit so. Warum wartest du nicht am Ende des Tages, Jumel-Kiyama, am jüngsten Tag des Geräts, und dann sehen wir alle, was passieren wird. Warum redest du so lange? Ja, also laut Bibel werden wir dann alle vor Jesus Christus stehen. So, was ist denn jetzt? Ja, wie Estafullah. Kannst du den Leuten erklären, was auf sich hat mit der Bestrafung im Grab? Was ist das? Ich frage, wer deine Religion ist. Ja. Wer dein Gott ist. Ja. Wer dein Prophet ist. Ja, aber warum quält uns Allah im Grab? Was meinst du? Der einzige schwere Gott ist Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, aber warum quält uns Allah im Grab? Wie bitte? Warum quält uns Allah im Grab? Warum gibt es diese Bestrafung? Warum quält uns Allah im Grab? Das ist, Allah sagt selber, ich bin barmherzig, aber meine Strafe ist sehr hart. Okay, das standen, aber warum? Warum quält er im Grab? Einen. Esad, sei leise. Erzähl mal bitte nochmal. Warum quält Allah die Menschen im Grab? Was ist der Grund? Wo quält er denn bitte die Leute? Ja, ne. Ja, die Bestrafung im Grab ist ja aufgrund einer Tatsache. Warum? Halt die Presse, Mann. Sei mal leise, Esad, Junge. Sei mal leise. Okay, sein Fasten ist gebrochen. Das war's. Esad, sei mal leise. Ich bin, ich hab ein Beleirik, ja, Salami. Wie heißt der? Ex-Muslim, oder? Ja, Dr. Sheikh Abu Amir für dich. Was? Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Warum? Warum bestraft Allah im Grab? Was meinst du? Was ist der Grund? Komma. Komma. Die Menschen im Grab bestraft. Sag mir, wo. Du hast doch gerade zugegeben, dass eine Bestrafung im Grab geht. Sag mir, wo der das macht. Sag mir, sag mir mal bitte. Du hast das doch gerade zugegeben. Warum schreist du so? Bleib mal rum. Ja, Allah, warum ist das denn zugegeben? Du hast doch gesagt, man wird bestraft im Grab. Ich hab gesagt, komm mal. Allah s.w.t. sagt das selber. Okay, siehst du also, gibst du dazu an, als ich war und wollte alle sagen, dass ich nur aufgrund deines Urines, dass du in deine Unterhose reintust beim Pinkeln. Dich nicht pinkeln. Hat dir das gehört, die Liebe? Die können das nicht wieder oben. Lass mich einmal allein sehen, bevor ich schiebe, ich vergesse, du, deine Kommentare. Hobbymus, liebe, genau. Danke, Maria. Das ist so krank, das ist einfach so krank, so verstörend. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Allah quält die Menschen, weil sie beim Urinieren ein Tropfen in ihre Unterhose fällt. Habt ihr was Verstörenderes als diesen Allah gesehen? Der macht sich also ernsthaft Gedanken, weil ein Tropfen Urin da reingekommen ist. Quelle, kein Problem, Quelle-Katalog. Guck jetzt. Bei suna.com, punishment in the grave. In the grave. Ja, das ist das, wenn sich jemand auseinandergesetzt hat damit und wenn jemand einfach in seinem Bett liegt und einfach Blödsinn erzählt. Was meint ihr, warum Mohammed immer im Sitzen gepinkelt hat? Genau deswegen. Hat jemand den Hadith direkt parat, dann brauch ich den nicht zu suchen. Ansonsten muss ich weitersuchen. Bukhari 63666, okay. Bukhari. Bukhari 63666. Invocations. Ah, ja, stimmt. Da ist das. Two old ladies. Punishment in the grave war das, ne? Do not believe in them. They told the truth. Ah, really? Punishment in the... Xan. Ah, das ist steinig, ey. Alles dreht sich um SEX, Urin, Kot, ne? He? Was ist das? Ah, hier wird das aber noch nicht richtig, da gibt es noch einen anderen Hadith, der das richtig erwähnt. Uhradi 1378, okay. Uhradi 1378. Das sind Hadith, die muss man direkt parat haben. Once passed by two, ja, das ist das, genau. The prophet once passed by two graves and said, they, the deceased person in those graves, are being tortured, not for a great thing to avoid. And then added, yes, they are being punished for a big sin, for one of them used to go about with calumnies, while the other never saved himself from being soiled with his urine. Seht ihr? Then he looked a green... Sie werden gequält, weil die eine Urin in ihre Dings gefallen hat. Nur wegen Urin. Das ist so heftig. Der prophet ging einmal an zwei Gräbern vorüber und sagte, sie, die Verstorbenen in diesen Gräbern werden nicht gefoltert, um etwas Großes zu vermeiden. Und fügte dann hinzu, ja, sie, ja, sie werden für eine große Sünde bestraft, denn einer von ihnen pflegte Verleumdungen zu verbreiten. Verbreiten, während der andere sich nie davor rettete, mit seinem Urin besputzt zu werden. Seht ihr? Die Leute werden gequält, weil sie, ja, beim Urin ihnen ein Tropfen in die Unterhose fällt. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Also, Sahiburali 1378. Sahiburali 1378. Aber ich wusste es. Punishment in the Grave. Einfach eingeben, da kommen die ganzen Arise. Punishment in the Grave. Alles dreht sich um Kot und Urin. Hören wir noch mal was, diese gute Nicole zu sagen. Nicole, Paella mit Nicole. Der Iran und Libanon und Jemen und so, ne? Ja, eben. Das ist oder, das ist doch... Aber eine Sache verstehe ich nicht, Bruder. Diese eine Frage, Bruder, hätte ich gerne von Muslimen beantwortet bekommen. Vor allem. Meine Frage ist, ist Gott allmächtig? Ja, Amen. Ja. Guck mal. Wenn Gott allmächtig ist, heißt es doch, er kann alles tun, richtig? Alles. Also, wie kann es denn dann sein, dass man nicht akzeptiert, dass Gott auch in einen Menschenkörper kommen kann? Ja. Das ist das Problem, was wir haben. Verstehst du? So, wer kann mir das bitte schön beantworten? Ja. Ja. Die sagen, der kann es, aber er will es nicht. Also, er ist viel zu erhaben dafür. Aber das macht gar keinen Sinn. Bruder, da macht man ja schon eigentlich jeden Muslimen Mundhut in diesem Moment. Eigentlich schon, ja. Weil du sagst, er ist Gott allmächtig und sie sagen, ja, ist er. Das heißt, er kann alles tun, alles machen, weil er ist Gott. Aber Allah kann ja nicht alles tun, weil er sagt in Zuge 6, Vers 101, Und eins, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also ist er doch nicht allmächtig genug, um sich ein Kind zu erschaffen. Er braucht halt so eine Gefährtin. Alvaro, Allah braucht eine Freundin, damit er Chaka-Chaka machen kann. Schau dir das mal bitte an. Wie der Allah denkt. Der Allah denkt sehr, sehr primitiv. Merkst du das? Derjenige, der den Koran gemacht hat, das war ein richtig so primitives Gedankengut, was er da drin hatte. Das war der Mensch. Das, was sich dort im Koran befindet, ist nichts anderes als eine christliche Sekte, die sich damals in der arabischen Halbinsel rumgetrieben hat. Man hat richtig das Gefühl, sobald man den Koran aufschlägt, dass das so eine Abspaltung einer christlichen Sekte war, die den Koran hervorgebracht hat. Verstehst du? Ja. Ich komme jetzt gleich wieder. Mach das, mein Bruder. Erstmal Gottes Segen euch und eure Familie, Leute. Herzlich willkommen in dem Stream. Gott segne euch alle. Carsten, danke, mein Bruder. Leute, mir braucht ihr gar nichts zu schicken. Wenn ihr jemanden hier supporten wollt, dann den Amir. Dann erklärt das ausführlich. Mein Wissen im Gegensatz zu ihm ist wirklich absolut null. Ich bin in einem muslimischen Land, beziehungsweise in einem muslimischen Land aufgewachsen. Allerdings wird das jetzt von den Sunniten nicht als muslimisches Land betrachtet. Also sie sehen die Schiiten nicht als Muslime an. Und manche Schiiten sehen die Sunniten auch nicht als Muslime an. Also es ist schwer zu erklären. Also die Shia sagen, ich war Moslem. Und die Sunniten sagen, ich war kein Moslem. Aber ich bin dort halt aufgewachsen und geboren und so weiter und so fort. Also ich konnte mir das nicht aussuchen. Ich habe ja ein Video dazu erklärt. Ich konnte mir das alles nicht aussuchen. Weil man sagt ja, wenn du mit einer Sache glücklich bist, dann entscheidest du dich ja dazu. Das heißt, wenn du geboren wirst, du sollst ja nicht einfach so als das geboren werden, sondern du sollst ja selber frei entscheiden. Mir hat man ja die Möglichkeit nicht gegeben, dass ich frei entscheiden kann. Aber du bist so stolz auf dich. Gott segne dich, mein Bruder. Gott segne uns an, mein Bruder. Aber nichtsdestotrotz, eine Sache muss ich trotzdem loswerden, Leute. Ob ihr glaubt oder nicht, ich habe kaum einen einzigen christlichen Freund, glaube ich. Vielleicht eins oder zwei, aber sonst alles sind meine, alle meine Freunde sind Muslime. Am Ende des Tages sage ich mal so, wir sind alle Menschen. Am Ende des Tages wollen wir alle ins Paradies kommen. Und am Ende des Tages wollen wir alle einfach ein schönes Leben haben. Und ja, wir wollen, so ist es ja. Da haben wir alle was gemeinsam. Merkt euch eine Sache. Ich weiß nicht, wie es andere Muslime oder Christen machen, aber bei mir gibt es keine Hetze. Ich werde auf jeden Fall keine Hetze-Streams machen oder so. Ich werde natürlich den Namen von meinem Gott schützen, aber ich werde jetzt keine Hetze betreiben. Das war niemals mein Ziel und das wird auch niemals mein Ziel sein, damit ihr Bescheid wisst. Heute wird ja der Ding sein, heute wird ja in meinem Stream der Tauhid mit den Elia sprechen. Das wird aber auch mein, denke ich mal, mein allerletzter Stream sein, wobei ich Muslime und Christen reinhole. Weil ich habe einfach gemerkt, das ist so die ganze Fitna geworden. Die haben daraus echt ein Content gemacht und das war ja nicht mein Ziel gewesen. Deswegen wird es heute, wenn vielleicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, der letzte Stream sein, dass ein Muslime debattiert gegen einen Christen. Andersrum genauso. Und dann möchte ich nur noch meine christlichen Brüder und Schwestern willkommen heißen in meinem Stream. Ihr könnt gerne hochkommen und wir können über unseren lieben Gott sprechen. Holt ihr Kopfschmerztabletten für die Diskussion. Ich meine, man kann ja über seine Religion reden, wenn man wirklich mit Fakten kommt, wenn man mit einer Quelle kommt. Sei es jetzt der Koran oder jetzt die Bibel. Man kann ja mit Fakten kommen. Manche kommen da hin und fangen einfach an zu beleidigen. Das feiere ich einfach nicht. Gestern bei Al-Waarim Stream war heftig, als einer den Schlummer versklaven wollte. Ja, Bruder, der kommt hier hin und dann sagt er so erstmal Salam Aleikum und er sagt, Al-Khamdulillah Muslim und dass er über den Islam gut spricht. Und dann sagt der christliche Bruder, er stellt ihn eine Frage, er sagt, mit dir will ich nicht reden und wenn ich dich sehe, in Stuttgart, ich sehe dich aus und versklave dich und keine Ahnung was. Da denke ich so, Bruder, du kommst gerade im Namen des Gottes, in Frieden an und dann drohst du ihn. Weißt du? Also genau das meine ich halt. Diese Doppelmoral, dieser Widerspruch in sich einfach. Das geht einfach für jeden Menschen, egal von welcher Religion oder von welcher Seite. Das ist mir wirklich egal. Aber wenn man im Namen von Gott mit Respekt reinkommt, da fordert man doch nicht mehr jemanden heraus und dann will man den und den schlagen oder keine Ahnung was oder jemanden drohen. Das wird heute nicht gut ausgehen mit Tauhild. Er ist sehr beleidigend. Ja, wenn er beleidigt, fliegt er sofort raus. Also ich habe schon gesagt, ich habe zu Elia gesagt, ich habe zu Tauhild gesagt, egal ob die christliche Seite oder muslimische Seite, sobald einer nicht auf die Frage antwortet, keine richtige Antwort gibt, fliegt er raus. Und wenn jemand beleidigt, fliegt er auch raus. Uhrzeit? Um 20 Uhr, meine liebe Schwester. Du bist zu neutral, halte zu deinen christlichen Geschwistern. Meine Religion, beziehungsweise mein Gott, an dem glaube ich. Am Ende des Tages aber, hat unser Gott auch gesagt, respektiere und liebe jeden Menschen. Also du kannst zum Beispiel eine Religion hassen, ich verstehe das, meine Glaubensgeschwister, ihr könnt eine Religion von mir aus hassen, ihn nicht mögen, aber man muss es jetzt nicht öffentlich beleidigen. Das ist halt meine Sicht. Muss jeder für sich selbst wissen, am Ende des Tages sind wir Menschen. Wir sind keine Götter. Keiner von uns ist ein Gott. Und wenn wir Fehler machen, dafür sind wir ja Menschen. Und die Menschen, sagen wir mal jetzt, die Muslime sehen das so, dass wir Christen falsch liegen. Die Muslime sehen das so. Und wir Christen sehen das so, dass die Muslime falsch liegen. Am Ende des Tages wollen wir, sorgen wir uns ja beide gegenseitig und wollen ja nicht in den Höhlenfeuer eintreten, richtig? Am Ende des Tages haben wir das alle miteinander gemeinsam. Wir wollen alle ins Paradies. Alvar, du gestern war echt heftig. Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Du müsstest sagen, wir sind nicht perfekt, weil wir Menschen sind, Gott ist perfekt. Richtig, Gott ist perfekt. Hauptsache, er ist weg und ich moderiere die ganze Zeit sein Stream. Er denkt so, okay, der kennt sich damit aus. Der macht das professionell. Alvaro, ich kenne dich von früher noch. Ist heute Abend eine Debatte bei dir im Lev? Ja, mein Bruder. Um 20 Uhr. Aber Leute, wirklich, wenn es heute nicht gut läuft und ich sehe, der eine beleidigt den anderen, dann macht das einfach gar keinen Sinn mehr, wirklich, diese Debatten zu führen. Weil diese Streams sollen nicht zu Hetze führen und zu Beleidigungen und zu keiner Ahnung was führen, sondern zu Einsicht führen. Dass man zum Beispiel sagt, ey, guck mal, so und so ist es zum Beispiel im Koran oder in Bibel, und dass es einem zum Beispiel die Augen öffnen kann. Wenn er zum Beispiel unstimmig ist. Es gibt ja zum Beispiel jemanden, ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals weder an Jesus Christus geglaubt, noch habe ich an den Islam geglaubt, nachdem ich halt Muslim war früher. Ich war ja komplett Atheist. Und das ist genau perfekt für diese Menschen, damit sie selber aussuchen können, wer zum Beispiel Recht hat und wo sie sich genau befinden. Oder vielleicht gibt es einen einen Christen, der wird zum Moslem werden oder wer weiß, dieser eine Moslem wird zu Christ werden. Aber wie gesagt, wenn da irgendwie Respektlosigkeit kommt, dann hat es einfach gar keinen Sinn. Also die Stellung gehalten, Alvaro. Ja, Bruder, ich habe die ganze Zeit geredet, bis du kommst. Ja, sehr schön. So, mal gucken, wer ist denn hier mit uns? Jose Martinez. Genau das, mein Name. Bruder, ich segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Bei dir auch. Danke, ich muss dein Herz. Bruder, ich habe eine Sache nur zu melden, bitte an den Ex-Muslim. Ja. Guck, Bruder, ich will nicht biefen oder so. Biefen? Mach, was du willst. Aber, Bruder, ich finde es nicht schön, dass du zum Beispiel dein Live, also so nennst, wie du nennst, dass du zum Beispiel sagst, Jesus ist Gott. Kannst du ruhig behaupten, kein Problem. Aber dass du sagst, Allah ist Satan, das finde ich nicht gut, Bro. Ja, aber was, wenn ihr das selber sagt? Wer denn? Allah. Was sagt er denn? Allah sagt im Koran, dass er Satan ist. Wie? Was redest du, Bruder? Ja, ehrlich, ich kann es dir beweisen. Bitteschön, beweis es mir. Aber weißt du was? Ja. Okay, angenommen, er sagt es, okay? Er darf es sagen, Bruder, du darfst es nicht sagen, so. Hä? Wie, hä? Was für eine Logik ist das denn? Wie, was für eine Logik ist das? Du hast doch zu Anfang gesagt, dass man sowas nicht sagen sollte. Aber wenn Allah von sich selbst behauptet, dass er Satan ist, dann kann ich das ja locker und leichtfüßig ja locker raushauen. Und sagen, Leute, ihr Muslime, Allah sagt, er ist Satan. Bruder, ich weiß nicht, wie du das irgendwo rausinterpretiert hast. Willst du es jetzt wissen, ja oder nein? Du merkst gerade, dass du weißt, dass ich dir diese Dinge zeigen kann. Nein, nein, bitte zeig sie mir. Okay, wenn ich dich heute frage, wer hat ein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen, was würdest du antworten? Gott. Gott. Was ist dann die Aufgabe von Satan? Wieso ist das die Aufgabe von Satan? Was ist dann die Aufgabe von Satan, wenn Gott die Hölle mit Menschen füllen will? Ähm, die Aufgabe von Satan ist es, Leute... Recht zu leiten, ne? Recht zu leiten. Sag mal, was sagst du denn da? Guck mal, Bruder, mir geht es nur darum, dass du das änderst. Ich will nicht mal mit dir diskutieren, Bruder. Du kannst doch behaupten, was du willst, aber es gibt Grenzen, weißt du? Du siehst doch, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Islam. Der Islam ist absolut vom bösartigen Widersacher. Das musst du doch aufleuchten. Okay, Bruder, das kannst du behaupten, aber du kannst nicht so provokant sein, Bruder. Ach so, aber dass Allah die ganze Zeit ständig beleidigt und provoziert und macht und tut, das geht. Wo hat Allah irgendwen beleidigt, Bruder? Was redest du? Du tust so, als wäre er einer von uns, Bruder. Was redest du? Ja, er sagt sogar, dass die Juden und Christen Dings sind, Nejis, also Müll, Dreck. Die Kufas muss man töten, Bruder. Das stimmt. Bruder. Ja, was hältst du denn davon? Schlimm, wenn unsere Gesellschaft sagt, dass José Martínez knackentherapiert gehört. Würdest du nicht sagen, ey, Leute, ich glaube, diese Leute sind wahnsinnig, Mann, was ist das? Ich wollte dir sagen, Bruder, ich schule ja nicht, ich merke doch, es ist ja mein Bruder, jetzt guck mal, große, kann sein, dass jetzt mein Bruder, Arm hier, ein bisschen mit seinen Lachen, wie ist das und so, ne, für dich provozieren, rüberkommt, aber der Mann hat so viel Wissen, ne, hör mal zu, mein Bruder, ich schule dir so viel Wissen, ne, egal was du fragst, er wird dir das mit dem Vers und so alles beantworten. Ich war selber, und deswegen rede ich doch mit Respekt, Bruder. Ich will nicht, ich habe nur eine, einzige Bitte, Bruder. Und diese Bitte habe nicht nur ich, Bruder, du hast 500 Zuschauern und keine Ahnung, wie viele Leute das sehen. José Martínez, Mann, wenn wir zum Beispiel Allah bitten würden, aufzuhören, die Juden und Christen zu beleidigen, meinst du, Allah wird das machen oder er wird sagen, nein, ich werde ein Lächeln haben, während ich sie in die Hölle werfe. Ist das Gott? Du sagst, aufhören, die Juden zu beleidigen, als gäbe es noch, wer heißt das, Offenbarungen, Bruder, der Koran ist schon 1400 Jahre alt. Und er ist ein zeitlos gültiges Buch, richtig? Ja. Ja, also siehst du, Gott sagt, beleidigt Juden und Christen. Wo sagt er sowas, Bruder? Wie kann man sowas rausverstehen? Ich verstehe das nicht. In Surah 9, Vers 28, in Surah 98, Vers 6, in Surah 8, Vers 55. Er ruft sogar dazu auf, Juden und Christen aufgrund ihres Glaubens zu bekämpfen, in Surah 9, Vers 29, von ihnen Schutzgeld zu verlangen und so. Ja, tolle Religion. Schutzgeld verlangen? Ja, genau. Mafia, Mafia-Sekte. Mafia, Bruder. Du hast uns alle zu Mafian gemacht. Okay, ich schmier's mal kurz, was er dir nicht kommt, gleich wieder. Okay, Bruder. Aber wisst ihr, Leute, es ist etwas unfair, wenn der Armee so wissend ist, ne? Der hat so viel Ahnung. Da kommen irgendwelche, die sich mit ihrer eigenen Religion selbst nicht mal richtig auskennen. Finde ich ein bisschen einseitig. Ich schmier's. ist doch voll am essen meine community mag das nicht wenn du schmatzt das musst du das muss ich hab nicht mal geschmackt ich hab den Mund zu die ganze zeit aber diese Wallysse das geht nicht du musst sehr vorsichtig sein meine community die mag das nicht die werden dich direkt vernichten salam aleikum wie geht's euch danke mir geht's gut bis zum tage des jüngsten griech werden wir niemals aufhören damit ich bin dr der wahrhaftige hetzologe bruder wärst du so zufrieden mit deiner religion hättest du nicht so schlecht über über den islam geredet sehr gut wäre allah zufrieden mit seiner religion hätte er nicht schlecht über die juden und christen geredet dankeschön du hast den islam vernichtet alle hamdule la guck mal wie viele muslimen alle christen alle christen alle hamdule jesus wie der seine eigene religion zum islam immer mehr christen siehst du doch selber wer welcher welcher christ du meinst diese wahnsinnigen kaffee und die leute die ganzen christen welche christen denn welche christen denn ich sehe gar keine christen guck doch genug auf tik tok die kommen alle zum islam aber was ist mit den muslimen die zu christen werden muslimen gibt es auch aber nicht so viele ja gibt es auch sowohl als auch da müssen wir auch mal ein bisschen neutral bleiben hier ja jemand der verstand hat der würde sich niemals für den islam entscheiden jemand der gewissen hat jemand der ethik moral und anstand hat der würde sich für jesus christus entscheiden genau also ich weiß nicht was in einer vergangenheit passiert ist dass du sollte gegen islam bist ich weiß nicht ist irgendwas was hältst du von einer religion wo ich eine wassermelone penetrieren darf position und genau welche religion lernt und sowas deine religion ach hör auf diese erfunden setzte ach kommen die ist alles erfunden alles du sagst doch allah behauptet dass er ein satan ist wo behauptet welchen welchen eine geschichte bücher die du da liegen hast es will sogar dass du alkohol gerst in suche 16 vers 67 ja und was steht denn drunter ich weiß genau was da drunter steht ja du bist immer nur die halben sitze aber die ganzen sätze ich weiß auch mal ich weiß auch genau worauf den haus willst er liest du die ganzen sätze okay ich mach die halben sätze du machst jetzt die richtigen und jeder weiß jeder weiß kann man muss noch nicht mal muslim sein jeder weiß dass im islam alkohol verboten ist okay warum allah hat es doch erlaubt die kam besoffen alles was schädlich für den körper ist hat allah uns verboten wie alkohol schweinefleisch ist auch nicht ist auch ungesund das weiß auch jeder das ist auch christen weißt du alles was aber sich dann aber sich dann baden in einem drecktümpel wo tote hunde liegen und menstruationsbefleckte klamotten das ist dann okay was das denn gelesen welche geschichtsbücher von dir ist sondern abidawod hat ich 66 ja hast du beweise dann zeig mir das mal habe ich dir gerade gesagt muss dir mal vorstellen die leute waren entsetzt sie haben gefragt ja lassulallah dürfen wir uns in diesem brunnen baden wo tote hunde liegt und menstruationsbefleckte klamotten und der ganze müll der stadt reingeworfen wurde da sagt der mohammed wasser ist rein und wird durch nichts unrein also der weiß nicht was das wasser kontaminiert welchen in welchen vers war das sondern abidawod hat die 66 prob ich mal nach ob das stimmt ja dann mach mal schnell und überzeugt ich will ich segen solange für die kamelorien zusammen kamelorien für euch alle kamelorien deswegen kann man sich nicht unterhalten kamelorien aus dem brunnen von burda mit toten hunden alter wie kann man so ekelhaft seine schwester genau das fragen uns genau wie kann man so ekelhaft sein und den leuten sagen dass wasser unrein ist und wird durch nichts unrein das wasser rein ist wird durch nichts unrein wie geht das wenn ich dir ein was wenn ich dir ein liter wasser und ein tropfen öl da rein machen würdest du es trinken das wasser ist kontaminiert man kannst du nicht ein glas wasser trinken wo auf einmal tropfen von öl reingekommen ist warum redest du nicht über die bibel warum redet denn der koran über die bibel warum redet der koran nicht über den koran also ich weiß nicht dass der koran über die bibel redet auf jeden fall wir muslime reden über unsere religion über unsere hadith und alles weißt du ich weiß gar nicht warum muss dann aber ständig die juden und christen erwähnen hat er eine affinität zu ihnen oder was das war doch schon immer so im koran stell dir mal vor ich würde zu dir sagen du glaubst an das was ich glaube wo ich dein gesicht vernichte guck mal es gibt auch in der bibel gewaltige verse die kannst du doch auch vorlesen lass dir das mal auf der zunge zergehen allah sagt entweder ihr glaubt an das was ich hier herab gesandt habe oder ich werde eure gesicht in eure hintern reintun in suche 4 vers 47 ach das stimmt doch nicht hör doch auf mit deiner gesellschaft ich will dass die leute sehen dass es nicht stimmt guck mal hier was in der bibel steht gewalt guck mal gott ist der hass ich weiß was jetzt dr schech google gefragt ich weiß kein problem friede und säge sei auf ihn schech google friede und säge sei auf ihn jetzt kommen wir wieder darauf zurück dass allah die gesichter der nicht muslime vernichten will bis sie an seine religion glauben was ist das denn bitte warum bewirkt du keine schöne fels aus dem islam wo gibt es denn schöne fels aus dem islam dass wir prostitution produzieren dürfen guck mal ich sag dir mal ein vers tötest du einen menschen ist es so als ob du die ganze menschheit getötet hast dankeschön ihr habt ihr gehört er hat gerade suche 5 vers 32 zitiert denn daher haben wir den kindern israels angeordnet dass wenn jemand eine seele tötet ist es so als hätte die ganze menschheit getötet und wer eine seele erhält ist so als hätte die ganze menschheit erhalten von wem ist dieser vers was meinst du von allah ach du drehst immer den spieß um ja amir hör auf mit deinen filmen es ist vorbei das internet ist eine waffe gegen den islam raffst du das nicht ach ja ja guck mal guck mal ich hab nichts gegen christen oder jude oder sonst jeder soll jeder das glaubt was er will ne la kundinne kumale aden ne ja la kundinne kumale aden du sagst das doch schon für mich bruder du sagst das doch schon ja das ist aber appliziert worden ich kann nicht glauben was er will ihr eure religion lass das doch sein alter du bist doch ein stolzer äh christ oder nicht ich bin weder stolz noch irgendwas anderes ich bin ein wiedergeborener kind gottes wiedergeborener okay aber du hast doch eine religion oder nicht Nein, du hast Religion. Ich habe den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Amen. Okay, du glaubst an Jesus Christus. Das freut mich für dich. Du glaubst an Jesus Christus. Also bist du... Warum glaubst du an den Islam? Was macht den Islam denn zur Wahrheit? Was ist das denn bitte? Abonnenten, viele Sachen, viele Sachen. Es wurden auch viele Sachen. Okay, nein, ich habe nicht gesagt viele. Sagen wir nur eine Sache. Eine Sache? Ja, bitte. Das ist unbeschreiblich. Allein wenn ich bete, das reicht mir. Unbeschreiblich, das macht den Islam nicht. Allein diese Last, was aus meinen Schultern fällt, reicht schon. Da sind meine ganzen Probleme zum Gesicht. Von deinen Schultern fällt höchstens die Schuppen von deiner Haare. Das fällt von deinen Schultern. Ja, deine Meinung. Ich habe eine gute Frage an dich. Bitte. Bruder, du hast doch... Warte, ich bin jetzt nicht auf Eche oder so, ne? Ja. Okay, gut. Okay, Hamid, Bruder. Das Wort von deinem Gott ist auch Gesetz, ne? Von Allah, von deinem Allah, oder? Ist auch Gesetz. Ja. Okay, Bruder. Das heißt, alles, was er sagt, wirst du auch tun, richtig? Muss ich ja. Als guter Muslim muss ich das ja machen. Okay. Was du doch auch als Christ, oder? Ja, 100%. Und jetzt eine Frage an dich, mein Bruder. Guck mal. Bitte schön. Die Sache ist ja die, Allah, an dem du hörst, wo du sagst, du akzeptierst und sein Wort ist Gesetz. Du hast ja eben gerade gesagt, für dich ist es okay, du bist Muslim, der ist Christ, du akzeptierst. Richtig? Richtig, genau. Bruder, in dem Gottes Worte wurde gesagt, alle, die keine Muslime sind, sind Kuffar, Bruder. Kefir. Das heißt, Ungläubige. Und Ungläubige sollst du, wenn die es nicht annehmen, ne? Muslim zu werden, abschlachten, Bruder. Was sagst du dann dazu? Das heißt, müsstest du ja quasi, jeder, der jetzt nicht zu deinem Glauben gehört, müsstest du dann töten, oder nicht? Genau, das ist klar. Okay, aber ich mache sowas nicht, auch wenn es da drinsteht. Aber was machst du denn, wenn Muslime das machen? Okay, du machst doch gerade eben gesagt, dass von deinem Glauben ist gesetzt. Aber Alvaro, ich unterhalte mich gerade mit Alvaro, bitte. Alvaro, ich frage dich jetzt eine Frage, okay, guck mal. Du bist ja Christ, richtig? Äh, komm, hier, Bruder, genau. Du bist, also du bist konvertierter Christ? Oder wirst du noch konvertiert? Ich war früher Moskern, Bruder, und jetzt bin ich Christ. Okay, du bist Christ, so. Wenn jetzt in der Bibel drinsteht, töte jeden Muslim, der dir zu nahe kommt. Machst du das? Wo steht das? Wir haben moral und ethik, mein Lieber. Wir haben moral und ethik. Da steht nirgendwo, aber wenn das in der Bibel drinsteht, würdest du das machen? Das Ding, daran siehst du doch, du erkennst doch schon direkt die Wahrheit, mein Bruder. Bruder, bei dir steht es ja da drin. Bei uns steht das ja nicht drin. Unser Gott hat uns nicht befohlen, andere zu töten oder zu schaden oder sonst etwas. Unser Gott, Jesus Christus, hat gesagt, wenn du geschadet wärst, biete dir sogar noch deine andere Bank an. Verstehst du? Das heißt, keine Gewalt verherrlichen und ihnen vergeben, mein Bruder. Das ist ja der Unterschied. Du hast sie doch gerade selbst ins Aus geschossen. Ich küsse dein Herz und glaub mir, ich bin sowas von unwissend. Aber das sind die Basics, Bruder. Deswegen frage ich mich, wenn das schon die Basics sind, warum habt ihr eure Augen und eure Herze geschlossen? Ja? Und versteht einfach nicht, was das Christentum von euch sagt. Was ist Jesus Christus, dass er wirklich unser aller Gott ist, mein Bruder? Ja, also wir schließen nicht unsere Augen, unsere Herzen. Bei uns im Islam werden nur gute Werte vermittelt und wir halten uns dran. Wir werden weiterhin gute Menschen bleiben. Es wird Prostitution, Hamad. Hamad, Prostitution, Warte Al-Wahm. Ich komme mit jedem, ob Christ oder was weiß ich. Ich komme sogar mit Leuten, die keine Religion haben. Soll ich die jetzt hassen? Soll ich die jetzt schlagen? Nein. Warum? Weil er keine Religion hat. Du denkst das nicht, aber dein Gott verlangst. Das ist das. Ob du das willst oder nicht, dein Gott verlangt das von dir. Das ist das Problem, was wir haben. Warum? Guck mal, der Alvaro ist jetzt Christ. Habe ich was gegen den? Nein, wir unterhalten uns ganz normal wie normale Menschen. Habe ich doch gerade gesagt, du hast nichts dagegen. Aber es gibt Muslime, die Allahs Wort lesen, verinnerlichen und auf einmal zu Monster werden. Bist du damit einverstanden? Natürlich nicht. Siehst du, aber Muslime, die das Wort ihres Gottes ernst nehmen. Und wenn er sagt, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann nackentherapiert sie in Suche 47 Vers 4. Dann machen Muslime das. Es sind also keine wahnsinnigen Extremisten oder Terroristen. Nein, das sind Gläubige. Alvaro, ich will dir eine Frage stellen. Hörst du mich? Ja, bitte, Bruder. Guck mal, du warst doch, du warst doch, glaube ich, früher gut mit Omar und diesen ganzen Leuten da, ne? Ich bin eigentlich nicht ganz sicher. Also du kennst auf jeden Fall, du hast selber muslimische Freunde. Ich kenne dich selber von deinen Lives und mit Omar früher und so alles, ne? Ja. Okay, sag mir bitte eine Sache. Hattest du damals Probleme mit irgendwelchen Muslime gehabt? Sind die zu dir gekommen, weil du eine andere Religion hast? Gab es da irgendwas? Bruder, das war früher, weil ich nicht. Du hast doch selber muslimische Freunde, Alvaro. Ja, ja, guck mal, ich bin als Muslim geboren, mein Bruder. In einem muslimischen, sehr, sehr strengen islamischen Land. Ja, die einen sehen das jetzt als Muslim, die anderen würden jetzt sagen, du bist kein Muslim gewesen. Ja, so. Aber wie dem auch sei, ich musste da halt beten und den El-Fatiha, Shahada und so weiter und so fort. Du weißt ja, diese ganzen Sachen. Fasten, hatte keine Tattoos, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich war zu der Zeit noch Jungfrau. Ich wollte einfach alles perfekt machen, richtig machen, allein zuliebe zu meinem Gott, zu meiner Religion. Weißt du? Ja. Ich war nicht einer von diesen Shishaba-Muslims oder Shishaba-Christen. Verstehst du, was ich meine? So, ich wollte einfach alles richtig machen. So. Danach war ich so 15, 16 Jahre lang, so maximal 17 Jahre, war ich noch Muslim. Danach habe ich aufgehört und wurde dann bis zum 16, 17 Lebensjahr, wurde ich bis 30 Atheist. Und das habe ich auch nur meinem Bruder Omar Amar erzählt, den kennst du ja, meinen dunkelhäutigen Kollegen. Der ist von Christentum zu Islam konvertiert und ich bin sozusagen jetzt von Moslem zu Atheist, Atheist zu Christentum konvertiert. Weißt du, was ich meine? Natürlich akzeptiere ich sie. Ja? 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 Ich sage ja immer wieder, wir sind ja Menschen. Ja? Ja? Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir sündigen. Aber das Ding ist doch dies, mein Bruder. Wenn das Wort von meinem Gott gesagt wird und ich glaube ja an meine Religion, an meinem Gott, dann mache ich ja genau das, was mein Gott mir sagt. Oder etwa nicht. Warum glaube ich sonst an meine Religion oder an meinem Gott? Wenn dein Gott dir sagt, dann enthaupte die Ungläubigen, dann musst du das tun, wenn du genau seine Religion angehörst. Oder habe ich etwa Unrecht, mein Bruder? Es kommt immer darauf an, wie man das versteht. Manche verstehen es so, manche so. Man kann es auch anders nehmen. Ja, dazu hast du doch Tafsire. Du kannst doch also nicht hingehen und einfach rauslegen, wie du möchtest. Du hast Al-Qurthibi, Al-Tabari, Al-Jalalayn, Ibn Qasiri. Die, die das für dich auslegen. Aber Jungs, Jungs, guck mal, Jungs, ihr erwartet von mir, dass ich jetzt hier mich anziehe und rausgehe und irgendwie... Wir erwarten überhaupt von dir gar nichts. Wir erwarten von dir, dass du eine Entscheidung für Christus triffst. Das ist das. Dein Gott verlangt das von dir. Ich tue keinem Menschen was an, nur weil, wenn er steht, mach das, das. Ich mache es nicht. Warum? Nein, ich komme, guck mal, Alvaro ist selber Christ und was weiß ich. Warum sollen wir Muslime so was machen? Guck mal, der Alvaro sagt doch selber. Alvaro, hast du schlechte Erfahrungen mit Muslimen gemacht? Haben die dir irgendwas angetan damals? Nein. Hat er doch selber gesagt. Bruder, soll ich sagen, warum sie mir nichts antun? Weil sie ihre eigene Religion entweder nicht für ernst nehmen, Bruder, jetzt. Das Wort von ihrem eigenen Gott nicht ernst nehmen. Das ist das Ding, Bruder. Wenn du es nicht ernst nimmst, die Worte, dann passiert auch dann natürlich nichts. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Wenn mein Gott mir so was sagen würde und ich glaube ja an meinen Gott, dann muss ich ja auch das alles machen, Bruder. Also würdest du, wenn dein Gott jetzt dir sagen würde, töte Muslime, die bei dir in der Nähe sind, würdest du das machen? Nein, wir wissen doch, dass sowas nicht von Gott kommen kann. Wenn du zu dir sagst, geh und bring die Muslime um oder mach Nackentherapie mit ihnen, dann wirst du... Aber das will ich auch sagen, Hamid, mein Bruder. Das will ich auch sagen. Unser Gott hat es ja nicht gesagt, Bruder. Euer Gott hat es ja schon befohlen. Das ist ja die Sache, das, was wir die ganze Zeit sagen. Stell dir mal vor, ich stelle mir vor, Gott sagt zu dir, nimm mal von den Christen und Juden Schutzgeld. Und wenn sie nicht bezahlen, dann geh und Nackentherapie sie. Würdest du nicht hingehen und sagen, ey, ich glaube, das ist der Teufel, der mir das sagt? Steig mir ein Muslim, der sowas macht. Ich kenne keine Muslime, die sowas machen. Aber Bruder, weil sie ihre eigene Religion nicht richtig verstanden haben. Ich selber habe ja selber gesagt, früher, wo ich klein war, habe ich gesagt, weißt du was? Islam ist damals in meinem Land, mein Bruder, mit Gewalt eingedrungen. Die haben gesagt, ey, wenn du den Islam nicht annimmst, wir enthaupten dich. In so einem Land bin ich aufgewachsen. Das heißt, wenn du in ein Land bist und es mit Gewalt kommt, eine Religion, ohne dass du es entscheidest, hast du einen automatischen quasi Hass dagegen, richtig? Ja. So, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, vielleicht waren die Menschen böse. Mensch ist Mensch, aber nicht die Religion. Also habe ich die Religion trotzdem anerkannt und habe es, soweit wie möglich ich es nur konnte, respektiert und erlebt, Bruder. Ich habe es gelebt. Ich war nicht einer von denen, die einfach gesagt haben, ja, ich war es und ich habe nichts dafür getan. Bruder, ich habe es gelebt. Dann habe ich mehr davon gelesen, ja, gewisse Verse gelesen, gewisse Sachen sozusagen erkannt und da habe ich gesagt, ey, Bruder, das ist nicht normal. Okay, als du in der Moschee warst, als Mutfim, wie wurdest du behandelt, Alvaro? Wie wurdest du behandelt? Wie meinst du das, Bruder? Also wie wurdest du von deinen muslimischen, du warst ja damals Muslim, sagst du ja, wie wurdest du von deinen muslimischen Brüdern behandelt? Wurdest du gut behandelt, scheiße behandelt oder was war denn da los? Die einen haben mich akzeptiert, die anderen haben mich nicht akzeptiert, Bruder. Warum? Bin ich dir ganz ehrlich. Warum? Weil ich in einem Land geboren bin, namens Iran, ne? Ja. Und da sind die Schia und Schia werden nicht als Muslime akzeptiert. Die Sunniten sagen, Schia sind keine Muslime und manche Schiiten sagen, Sunniten sind keine Muslime. So weißt du? Also ich weiß selber, die Schiiten gehen sogar selber zu Mekka und beten. Ich selber, ich bin Sunnite, ich hab nichts gegen Schiiten. Das ist ja das Ding, verstehst du? Und da gibt es ja schon nicht diesen Zusammenhalt, diese Gemeinsamkeit, wo man sagt, ey, guck mal, hey, diese Sunniten- und Schiiten-Sache, verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Die bekriegen sich ja schon untereinander, Bruder. Ja, das ist ja auch in Iran. Aber das ist, aber sagen wir mal, das ist jetzt das Menschliche. Scheiß mal darauf, ne? Ich gehe auf die Ferse ein, mein Bruder, jetzt. Ich auch, aber du redest gerade von Iran. Wenn wir über Iran reden, dann müssen wir auch über Iran bleiben, weil Iran, da sind die Regeln sehr streng. Und ich glaube, der Amir kommt selber aus Iran, meine ich. Hundertprozent, klar, sage ich ja. Die Regeln sind sowas von schreckend, das ist schon nicht mehr menschlich. Aber als ich dann von da nach Deutschland kam, mein Bruder, ja, nach Deutschland kam, hier habe ich auch keine Akzeptanz gespielt. Verstehst du, was ich meine? Sagen wir mal, okay, die Menschen akzeptieren dich nicht, du hast ein schwieriges Leben und so weiter, bla bla bla. Aber dein Gott akzeptiert dich, Bruder. Aber guck mal, warum soll es denn so sein, bitteschön, dass mein Gott mir befehlt, quasi, ne? Dass ich andere Menschen, die mir nichts angetan haben, nur ein andersgläubige Menschen sind oder Ungläubige sind, dass ich sie richten soll. Wenn Gott mir das sagt, dann muss ich das ja tun. Und genau das ist ja das Ding, Bruder. Ich muss nicht eingesehen, verstehst du, Bruder? Aber die Muslime... Ich habe gesehen, okay, guck mal, wir nennen uns so etwas. Aber die Muslime, das, was zum Beispiel so ein strenger Vers ist, du weißt ja selber, dass Muslime sich so... Guck mal, Christen, wenn zum Beispiel in der Bibel steht, in der Bibel bei denen, wenn da in der Bibel steht, nimm von jedem Muslim Schutzgeld, würdest du das machen? Aber Bruder, in der Bibel, das ist ja das Ding, Bruder. Du würdest du das nicht machen? Ja, mein Bruder, aber du sagst ja immer, wenn dies ist, wenn das ist, verstehst du? Wo steht denn eine Quelle? Zeig mir mal eine Quelle zum Beispiel. Nein, nein, das ist nur, das sind nur Beispiele. Aber das war nicht so, Bruder, wenn etwas nicht da ist, dann kann man doch auch keine dies sagen, verstehst du? Aber wenn sowas etwas drinstehen würde, dann würdest du das ja machen. Wenn, 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 wenn das alles so ist, dann würde ich, wenn ich mein Gott über alles liebe, würde ich das alles natürlich hundertprozentig tun, was mein Gott mir sagt, tausendprozentig, ja? Aber mein Menschenverstand würde dann sagen, weder der Christentum wäre dann richtig, noch wäre der Islam richtig, Bruder. Aber das ist ja das Ding, im Christentum steht es ja nicht. Wir sind ja im Jahr 2024, wir haben, guck mal, wir haben unseren Menschenverstand, ne? Gott hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben. Wenn wir die nutzen, dann kennen wir schon einfach direkt schon die Antworten, verstehst du? Aber welcher Gott ist denn, bitteschön, barmherzig und gut, wenn er anderen Menschen empfiehlt, wenn sie andersgläubig sind oder ungläubig sind, sie hinzurichten. Das ist ja meine Frage an dich, mein Bruderherz. Deswegen sage ich, Bruder, guck mal, vielleicht sind deine Augen gerade geschlossen, vielleicht ist dein Herz gerade geschlossen. Ich küsse doch dein Herz. Bei mir war das doch genauso, mein Bruder. Verstehst du? Schau es dir an. Lies es dir durch. Guck es dir an. Ich bekomme, mein Gott, befehlt mir nicht, dass ich dich dazu zwinge, irgendetwas anzunehmen. Absolut gar nicht. Du sollst es vom Herzen tun. Schau es dir einfach an. Keiner zwingt dich, Bruder. Aber öffne wirklich deine Augen. Und auch wenn du da bleibst, wo du bist, dennoch wünsche ich dir alles Gute. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, jetzt verbrennst du in der Hülle, Schmur in der Hülle, deine Familie ist. Nein, Bruder. Am Ende des Tages möchte ich doch, wir möchten doch alle wirklich, dass es uns gut geht. Wir wollen doch alle dem Paradies betreten, oder? Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ich bin auch, guck mal, ich bin, du weißt ja selber, ich habe selber auch einen Kollege, der selber ist Christ. Ich komme, ich bin oft mit dem draußen auch. Ich habe auch nichts gegen ihn, auch nicht gegen mir. So ab und zu reden wir mal über Religion und alles. Alles schön und gut. Aber ich finde das nicht korrekt von Amir, dass der hier diesen Live aufmacht, über 700 Zuschauer sind. Und dass der diesen Hass verbreitet, das muss doch nicht sein. Aber warum hast du dann kein Problem mit Allas Religion, der nur Hass am Verbreiten ist? Der Hass und Zweitracht... Er redet nur Schlechtes über den Islam. Warum sagst du, dass Allah ein Satan ist? Warum sagst du das? Er sagt es doch selber, Mann! Rede doch mit Alvaro, was Schönes über die Bibel. Gott segne, ich habe mir, danke, dass du dabei war. Ich habe keinen Nerv mehr dafür. Also wenn Allah sagt, dass er der Teufel ist, dann sagt er, Amir verbreitet hast. Das ist wirklich krank. Aber hast du gemerkt, Amir, mein Bruder, jetzt? Guck mal. Man merkt schon von seiner Redensart und so weiter. Du siehst, aber es liegt nicht an den Menschen. Man hat gemerkt, der Typ hat ein wunderschönes Herz, aber sein Auge und sein Herz ist einfach verschlossen, Bruder. Euer Roshisha, Muslim. Euer Roshisha, Muslim. Ansonsten, er war ein sehr korrekter Mensch. Man hat es gemerkt. Hallo, Jermain. Alkohol, Al-Turkist. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Moment. Moment. Ura, Amir, warum liegst du, du jähl, Kufrpur? Bist du doch, warum liegst du? Du hast den Hadith, du, ich hab dir, mach mich mal groß. Ich hab den Hadith beöffnet, wo angeblich der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, sich gewaschen hat mit Toten und Menstruationsblut. Lest den ganzen Hadith, Ochsen billah, du bist jetzt begraben. Mach mich groß. Der Reden, der Reden, schau mal, wie der redet. Mach mich groß, jähl. Lies mal vor. Mach mich groß. Lies doch einfach vor. Abu Sa'id Al-Kurti narratet, that the messenger of Allah was asked, should we perform the Voodoo from the will of Buddha, while it was well that menstruation rags. Mach mal Stück für Stück. Warte, lass mich ausreden, jähl. Ach, du Scheiße, der ist ja wirklich... Das ist ein Zekubi. While it was well that menstruation rags. Hallo, beruhig dich. Lass mich lesen, du willst, lass ich lesen, ich lasse dich lesen, ich lasse dich lesen. Hallo, beruhig dich. Lass mich lesen. Ich lasse dich lesen, kein Problem Hansi in klein. Lass uns mal Stück für Stück durchgehen. Lass mich lesen, das ist verstanden. Lass mich lesen. Aber Jermain, Jermain, mein Bruder, warum bist du... Leute, warum zu bellen? Ich lasse dich doch. Warte doch. Lass mich lesen. Ich lasse dich doch lesen, ich will nur, dass du Stück für Stück alles übersetzt. Ja. Ja, jetzt mach mal. Erster Satz. Der Messenger of Allah, sallallahu alayhi wassallam, asked, should we perform the Voodoo from the well of Buddha? Sollten wir Voodoo machen von dem, wie sagt man, von dem... Brunnen vom Buddha? Brunnen, genau, von dem Brunnen vom Buddha. Ja. While it was as well that menstruation wrecks and dog circumcises and filth are thrown in it. Fragezeichen. Was bedeutet das? Ob hunde, tote, hunde, menstruationsblut da drinne ist, et cetera. Der Messenger of Allah replied, water is pure, das Wasser is klar und nichts ist drinne. Nichts ist drinne. Hier unten steht MENININ, that items such as can't be discarded needed and some of the souls' water may have encountered them. that they were actually thrown again. Du lügst, hier steht, es wurde nicht reingeworfen. Es war in der Nähe davon, du Jehel. Und jetzt liest dein eigenes Bibel, was Paulus macht, dieser dreckige Hund. Also, dass ich euch von seiner Haut die Schweißzüchelein und blinde... Das ist wenn du hier raus. Guck mal, was das für ein Dreckhaufen ist. Der hat den Hadith vor sich, ne, der Typ. Der regt sich gerade auf, weil ich die Wahrheit sage, weil die Leute, denen Mohammed fragen nach dieser Sache und sagen, ja, Mohammed, dürfen wir Voodoo so absolvieren, wo doch in diesem Brunnen von Buddha, tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten und Müll der Stadt reingeworfen ist und dieser Hadith ist mehrfach überliefert. Das heißt, Mutawate. Mehr von mehreren Leuten. Das ist nicht nur der von Sunan Abidawut 66, sondern er wurde in mehreren Hadithen überliefert. Der Typ, der kann ja noch nicht mal ins Englisch. Das ist ja, das ist das Schlimme. Das war so die Ausgeburt von Hansi. Habt ihr das gehört, wie der redet? Wie Hansi. Er beruhigt sich also nicht, liest nicht Stück für Stück und versucht das auch gar nicht zu übersetzen. Er ist weder der englischen Sprache mächtig, noch hat er einen Verstand, beleidigt einfach rum. Es ist die Ausgeburt von Hansi. Merkt ihr? Bruder, ich verstehe nicht, warum man so hasseffend ist. Ich verstehe doch, warum sie so ausgerastet. Bruder, kannst du sagen, komm mal, mach mich mal bitte groß, ich will das kurz lesen. Aber dieses Bruder, warum, warum? Das ist ein bösartiges, das ist ein richtig bösartiger Geist. Beruhig dich doch, ich lass dich doch lesen. Mach mal Stückchen für Stückchen, dann erster Satz übersetzen, zweiter Satz übersetzen, lass mal kurz eine Frage einwerfen, du kannst, alles warst, kein Problem, ich lass dich doch lesen. Die kommen nervös hier rein, wissen ganz genau, dass sie weder Englisch lesen verstehen können und dann auf einmal so einen Quatsch davon sich geben und dann sagen die, dass ich lügen würde. Alle kennen die Nadis, die sind alle mächtig genug in sunnah.com reinzugehen, das ist einer von hunderten von Hadisen, die überliefert wurden. Ja, Mohammed hat gesagt, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein, auch wenn diese Sachen dort drin reingeworfen wurden. Ganz einfach. Aber wäre Mohammed mental in Ordnung gewesen, hätte er gesagt, nein, unter keinen Umständen, unter keinen Umständen, wenn dort ein Brunnen zu finden ist, wo tote Hunde drin liegen. Wer macht sowas, Mann? Wer? Wer würde auch nur in die Nähe dieses Brunnen gehen, um geschweige denn einmal seinen Finger da rein zu tun, wo tote Hunde drin liegen? Das ist dann die Katastrophe, ne? Wieder noch den Paulus beleidigt. Wieder noch den Paulus beleidigt. Hätte ich das so mit Mohammed gemacht, diesen Satz, was der gesagt hat, ne? Friede und Gnade sei mit euch, meine lieben Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wollt siegne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Eure auch, Geschwister. Und zwar wollte ich euch eigentlich sagen, meine Lieben, vor allem dir, Bruder Armin, der Muslim, mit dem du gerade geredet hast, ne? Ja. Ich hab das Gefühl, der hat jetzt gerade so einen Hass auf Christen und auf alles, dass er gleich raus rumrennt und irgendwie unnütze Sachen macht, die nichts nützen. Ja, genau. Richtig. Ehrlich, also, meine lieben Mitmenschen, ist es kaputt, der Freak. Kass lieber auf, ihr müsst in euch gehen, um irgendwie... Ja, das ist das. Wer hat so gewidmet wie Hansi? Hast du das gesehen? Das war so die Ausgeburt von Hansi. Der hat sich den ganzen Tag Videos von ihm angezogen. Ich werde dich jetzt begraben. Hast du gesehen? So kommen die rein. Ich werde dich jetzt begraben. Bruder, so wie Gott uns das gesagt hat. Ist das normal? Ist das normal, so zu reden? Ich komme hin zu und ich werde dich begraben. Ja, sehr respektlos. So wie es uns unser Gott gesagt hat, ne? Wenn sie euch hassen, dann wisset, dass sie mich mehr hassen als euch. Ganz genau. Amen, Bruder. Amen. Aber ganz kurz mal. Wie wollen die denn, für alle Muslime, die gerade zuhören, wie wollt ihr denn verstanden werden? Ihr sagt, ihr seid Gläubige, wollt uns etwas vormachen und so weiter und so fort, was Sachen mit Glauben zu tun hat. Und dann kommt ihr hier rein beleidigt, seid respektlos, laut, aufbrausend. Das sind alles Eigenschaften des Bösen. Und ihr offenbart euch selbst, wie soll man etwas aufnehmen? Ein jeder, der keine Religion oder Glaubensrichtung hat, der das hört, kann euch nur verwerfen. Also das ist meine Meinung. Okay, mein Lieber, macht's gut. Macht's gut. Euch auch. Bleibt in der Liebe, Bruder. Amen. Guck mal hier. Wir haben einen anderen Hadith. Ich möchte, ich den mal auch zitieren. Guck mal hier. Das ist aus Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 6. Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 6. Es wurde gesagt, O Messenger of Allah, you perform Voodoo from the well into which the bodies of dogs, menstrual wrecks and garbage are thrown. He said, water is pure and it is not made impure by anything. So, jetzt holen wir diesen kleinen Lümmel wieder rein, der mich begraben wurde und der soll den Hadith lesen. Sein Prophet sag und mach gerade, Woodoo. Was machst du mit dem Hadith? Ja, ruhig, ruhig. Okay, tamam? Ruhig. Wir machen ruhig. Nicht das, weil sonst kickst du mich. Okay? Schlägst du bitte Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 6. Ich, ich hab den offen. Wo ist das Problem? Ich hab ihn offen. Ich hab ihn gerade gezeigt. Schlag bitte Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 6. Ich hab ihn offen. Okay, mach deine Kamera an. Du dumm. Dumm kannst du den nennen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Das ist wirklich dumm. Ja, du kannst deine Tochter heiraten, laut Bibel. Ist sowas für ein Haufen. Du willst, jetzt lenke mich ab, dass ich dich rauswerfe. So. Kannst du das schon lesen, was ich markiert habe, extra für dich? Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 6. Wo ist das Problem? Das ist dasselbe. Du hast doch selber gesagt, dass es wurde überall überliebt. Wo ist das Problem? Ich möchte bitte, dass du Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 6. Wo ist das Problem? Ich habe das hier offen. Habt ihr es gesehen, Lieben? Habt ihr es gesehen, Lieben, wie der ein riesen Problem mit seinen eigenen Schriften hat er gelegt? Jetzt machst du wieder klein. Guck mal. Du hast einen Hadith, jetzt rennst du. Möchtest du das jetzt machen? Ja oder nein? Ich hab doch einen offen. Wo ist das Problem? Du hast diesen Hadith genannt. Sunan al-Nasai, da wurde 66. Du hast mich gerade angenommen. Du hast mich gerade angenommen. Du hast gesagt, ich hab's offen. Ich hab zu dir gesagt, Ja, weil du diesen Hadith genannt hast vorhin. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe oder hast du mich angelogen? Ich habe denselben Hadith offen. Wo ist das Problem? Es geht um dasselbe. Wo ist das Problem? Kannst du bitte, kannst du bitte für uns alle, weil ich möchte dir beweisen, dass Mohammed wirklich da drin ist, wo du gemacht hast. Es wurde nicht reingebaut. Es steht hier unerfassiert. Okay, dann lass uns doch zusammen lesen. In der Nähe davon. Okay, dann lass uns zusammen lesen. Wo Jehel? Guck mal schon wieder, sagt er sowas. Oh mein Gott, du bist so ein Dumm. Dumm kannst du den nehmen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Und jetzt gehen wir wieder zu Sunan Anasai, Hadith 3, 2, 6. Ich hab es offen. Wo ist das Problem? Warum hast du Angst? Du hast das selber genannt. Du hast das selber genannt. Mach bitte, geh bitte, geh bitte zum Hadith. Geh bitte zum Hadith und lies uns mal bitte vor. Ich habe es offen. Ich habe extra vorbereitet für dich und jetzt wird es das neu öffnen, weil du Angst hast vor diesem Hadith, weil du weißt, ich hab das offen. Jetzt mich gerade verarschen, und wer hat Angst vor irgendeinem Hadith? Du sollst einfach lesen, dass dein Prophet, du hast den, du hast den genannt, du, der Voodoo gemacht hat. Du hast den genannt. Warum willst du den jetzt nicht besprechen? Die Hadith, den du genannt hast. Entschuldigung, ich kann mir das einfach nicht geben, das ist krank. Und warum macht Paulus? Ich sage zu ihm, mach bitte das auf, damit du selbst liest, dass dein Prophet wirklich da drinnen Voodoo gemacht hat. Und sie ihn gefragt haben, weil sie das nicht fassen konnten. Er will er nicht. Er will er nicht. Er will das nicht, das ist krank, Mann. Stell dir vor, irgendjemand würde sagen zu mir, Armin, lies mal 2. Korinther 5,11. Dann sage ich, lass uns lieber andere im Vers lesen. Er schlägt doch auf. Sag mal, geht es den Leuten noch gut oder was? Du siehst nur, dass dein Prophet das getan hat. Armin, Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Alvaro, Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Kannst du dich gestern erinnern? Gestern hatten wir auch, hast du mich auch gestern reingerufen und dann hatten sie sich ja gestern bei dir eingehackt. Ja, ich weiß, ich kann mich noch erinnern. Und auf das Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich gestern auch gesagt hatte, weil dir ja vorhin zwei Kameraden reingeholt worden sind. Es geht ja um Folgendes, das ist ja das, was ich gestern gesagt habe. Du kannst nur in Deutschland solche Debatten führen, wenn du als Christ in Afghanistan, im Irak, in Pakistan, im Sudan, in Nigeria, könntest du solche Debatten nicht führen als Christ. Dann würde man dich nackentherapieren. Und es muss diesen Menschen einfach bewusst werden, also diese Freiheit, die wir in Europa haben, dass man hier über die Christen reden darf, sich lustig machen darf. Jetzt überleg mal, du würdest das in denen ihre Länder machen. Du würdest live gehen oder du würdest in solchen Ländern über den Propheten so sprechen oder über den Islam so sprechen. Was denkst du, was man mit einem Christen machen würde? Ich kenne eine Frau, die aus dem Irak geflüchtet ist, das habe ich gestern übrigens auch erzählt, die Christin war, die musste sich, die durfte ja nicht mal sagen, dass sie Christin ist. Die ist mit zwei Kindern nach Deutschland geflüchtet. Du willst gar nicht wissen, was man im Irak mit Christen macht, in Pakistan, im Sudan, in Nigeria, in Afghanistan. Das sind so schreckliche Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind Dinge, die müsste man denen eigentlich vor den Augen, also das müsste man denen eigentlich zeigen, solche Videos. Und dann sehen, ob man immer noch daran glauben, ob man immer noch denkt, dass dieser Glaube richtig ist. Das ist schrecklich, das willst du gar nicht wissen. Die machen sich ja gar keine Gedanken. Ich kann von morgens bis abends denen hier einen in ihr Gewissen reinreden. Das interessiert die Null. Weißt du auch, wieso? Weil sie nicht weiterdenken, weitersehen, weiterblicken. Sie haben Null Weitsicht. Sie sehen das Leid der anderen nicht. Sie sehen nur ihren Unsinn. Ja, das stimmt, hast du vollkommen recht. Nur auf sich selbst, auf sich selbst, auch was die Christen durchmachen. Das ist Ungerechtigkeit, das meint der Herr. Ungerechte werden das Reich Gottes niemals erben. Guck mal, das Schlimme ist wirklich, du willst kein Christ in diesen Ländern sein. Das willst du wirklich nicht. Und was mich auch am meisten aufregt, ist immer dieses, ach, wir wären hier nicht liberal in Europa und bla bla bla. Und wir würden die an die Wand stellen. Und dass die Christen, in denen ihren Ländern auch Ostern feiern und Weihnachten, die Christen werden ja da drüben gestreichelt. Von wegen. Du musst dir überlegen, du darfst nicht mal sagen, dass du Christ bist. Ich habe Leute wirklich aus dem Irak kennengelernt, aus dem Sudan kennengelernt. Du willst nicht wissen, was man mit Christen macht. Das ist fürchterlich, das ist schrecklich. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch einmal den Islam, diese wunderschöne Religion, die er zum Frieden aufruft, einmal diesen Frieden an den Muslimen praktizieren. Einmal nur. Sie sagen ja immer, Islam ist Frieden. Ich möchte Sure 9, Vers 29 und die Auslegung von Ibn Kathir an den Muslimen praktizieren. Mal gucken, ob sie alle noch Muslime bleiben wollen. Und zu mir sagen, Armin, du hattest von Anfang an recht gehabt. Wir haben die größte Terrorsekte, die es auf dieser Welt gibt und diese Religion gehört vernichtet und auf jedem Planet, auf dem Planeten Erden ausgelöscht. Weil du hast vollkommen recht. Wir sind das Ungerechteste, was die Welt jemals hervorgebracht hat, Armin. Du bist ein sehr weiser Mann, Armin, dass du uns das gezeigt hast, weil wir wollen so einer Terrorsekte nicht beigehören. Du hast vollkommen recht, Armin. Weißt du, Armin, das Problem ist, nehmen wir mal an, ich würde sagen, dass dieser Glaube ein friedlicher Glaube ist. Wie kann dann sein, dass in 80, 90 Prozent dieser Länder, also diese islamischen Länder, Christen verfolgen und wirklich nackentherapieren? Wie kann es denn sein? Die müssen ja, es muss ja irgendwas da drin stehen. Es muss ja irgendwas da drin stehen, dass man Christen verfolgt. Es muss ja da drin stehen. Wie kann es sein, dass Länder wie Afghanistan, Pakistan, Sudan, Nigeria, Irak und egal wie auch immer, wie kann es sein, dass diese Länder Christen verfolgen? Da muss ja irgendwas drin stehen. Das kann nicht wahr sein, dass man herkommt und sagt, das ist alles friedlich und das stimmt alles gar nicht. Das geht nicht. Du, man kann nicht sagen, dass all diese Länder etwas falsch verstehen. Verstehen die alle was falsch? Gibt es doch gar nicht. So sieht es aus. Ich glaube, die Euro-Muslime haben den Islam falsch verstanden. Das ist das Problem, was wir haben. Armin, Armin, mein Freund. Ja. Was haben denn die Christen in Irak und so gemacht? Wir kommen, sag mal, 1,2 Millionen tote Sunniten-Muslime, ja? Achso, du willst sagen, dass George Bush und die Soldaten Christen waren? George Bush sagte, we do this in Irak. Seht ihr das Verständnis von einem Moslem? Habt ihr das gesehen? Seht ihr mit was wir es zu tun haben? Habt ihr das gesehen? Es ist ein Prototyp von islamischer Dummheit. Prototyp eines islamischen Dummheit. Der kommt rein mit so einem Blödsinn. Habt ihr das gesehen? Warum wirst du so nervös? Armin, rede ruhig. Habt ihr das gesehen, wie ich ausflippen könnte? Islam bedeutet Frieden. Ihr habt den islam falsch verstanden. Ja, natürlich. Wir alle sind dumm. Nur du bist der Wahrhaftige. Ich sag ja, wir alle haben alles falsch verstanden. Mohammed hat sogar den islam falsch verstanden. Nur du hast den islam falsch verstanden. Was haben denn Christen in Irak, in Libyen gemacht? Was haben die denn dort gemacht, bitte? Waren das Christen? Deutschland war auch dabei beteiligt. Waren das Christen, Anwar? Natürlich. Die hatten Bibelferse auf den Maschinen gewähren. Hör doch auf. Ja, Bibelferse auf den Maschinen gewähren. Natürlich liebe deinen Feinde und tue Wurzeln, die dich anwarst, aber doch nicht im Namen Gottes. Ich kann diesen Dreck nicht hören, bitte. Mein Gehirn geht gerade den Bach unter für deinen Müllhaufen, was du da erzählst. Lass nicht meine armen Gehirnzellen weniger werden. Ich muss mein Gehirn schonen mit so einem Abfall, was er da sagt. Geistlicher Durchfall nennt man sowas. Christen, 1,2 Millionen Muslime. Was habt ihr Christen gemacht? Schau dir das mal an. Das war ganz sicher nicht im Namen Gottes. Das war bestimmt nicht, das steht bestimmt nicht in der Bibel drin. Das in der Bibel drin steht, marschier da rein und mach das. Das ist nicht im christlichen Sinne gewesen. Also das ist das, was die nicht verstehen. Wenn irgendwelche Amerikaner irgendwo angegriffen haben, dann war das bestimmt nicht, weil in der Bibel drin steht, tu die Nacken therapieren oder was weiß ich was. Das macht doch gar keinen Sinn. Man kann doch Religion mit Politik vergleichen. Ich vergleiche doch nicht Äpfel mit Birnen. Ich kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Versteht ihr, wo wir gelandet sind? Leute, dieses Gedankengut, dieser Euro-Shisha-Muslim ist weit verbreitet. Das erstmal rauszuholen aus ihren Köpfen ist der absolute Wahnsinn. Das ist eine Mammutaufgabe, ist das. Bitte, das kannst du keinem erzählen. Was habt ihr Christen gemacht? Was habt ihr Christen bloß gemacht? Warum habt ihr zu viel auf Jesus Christus gehört, der gesagt hat, liebe deine Feinde. Tu wohl, den wir nicht hassen und bittet für die, die dich beleidigen und verfolgen. Seht ihr, das Christentum ist nicht friedlich. Lass mich doch ausreden. Und dann kommt noch das dazwischen. Das ist so heftig. Verschone mich mit deinem geistlichen Unsinn. Bitte, komm. Irgendwo ist auch eine Grenze. Grenze erreicht der Lächerlichkeit. Ich bitte dich. Irgendwo gibt es doch eine Grenze der Lächerlichkeit. Wie viel wollen wir denn noch überschreiten? Wie viel? Wie viel denn noch? Wie viel? Hallo? Hört man mich? Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch auch. Ich wollte nur mal eine Sache sagen. Ein oder zwei. Was? Ein oder zwei ist egal. Okay. Wie viele du willst. Erstens machen mich solche dummen Aussagen erstmal richtig aggressiv. Von den komischen Leuten, die hier reinkommen. Ich verstehe das nicht. Nein, das ist eine sehr gute Laune, sowas zu hören. Dass Christen einfach stehen in Länder und sie auf Jesus Christus natürlich gehört haben. Also man kann das natürlich verbinden. Man kann das natürlich in Verbindung bringen, dass Jesus Christus, ein Pazifist, nie auch nur jemanden ein Haar gekrümmt hat. Und dass seine Anhänger dann in Ländermaschinen und Frauen vergehen. Das passt natürlich sehr zu Christen. Sehr. Also wie behindert muss man noch sein? Tut mir leid, dass ich das sagen lasse. Also irgendwo der Behindertlichkeit haben wir schon erreicht, oder? Ja. Versteht ihr, was da los ist? Die Behinderung haben wir ja schon überschritten. Das ist wie Scheinmauer durchbrechen. Das kannst du keinem erzählen. Sie haben Wienferser auf ihre Waffen gehabt. Liebe deine Feinde, wie wohl sind die die Schassen? Nur so hältst du das aus. Ich sag's dir, ansonsten gehst du kaputt. Nur so hältst du das aus, sonst gehst du kaputt. Ich saß hier auf TikTok. Was sich hier rumtummelt, das musst du dir erstmal geben. Der eine ist nicht in der Lage, einen englischen Text zu lesen. Der andere sagt, dass Christen in den Irak einmarschiert sind. Die anderen sagen, dass Aisha eine Erwachsene war. Obwohl sie mit Puppen gespielt hat. Ich kann das alles nicht mehr. Die Verwirrung ist schon verwirrt. Ich sag dir, mein Therapeut braucht einen Therapeuten weiter. Für euch alle jeden Tag. Kamelurin. Weißt du was? Guck mal, jetzt ist eine ernste Frage, Armin. Das ist eine ernste Frage, ehrlich. Kamelurin. Dieses süße Zeug geht her. Kamelurin. 15 Kilo ist nicht schwer. Ich kann nicht mehr. Ich stehe mir bei. Ich halte das irgendwann nicht mehr aus. Ich habe eine ernste Frage. Ja, wenn du das kannst du rausreden, ja. Okay, jetzt kannst du wieder reden. Ich musste gerade meinen Frust rauslassen. Kein Problem. Jetzt mal ohne Spaß. Kann das für uns nicht einfach sein, dass die so nichts dafür können, dass die einfach nicht so weit denken können jetzt ohne Spaß, dass der Prokur einfach nicht so hoch ist? Sie können ihn nicht. Du siehst es. Ihr hört es mit euren eigenen Ohren, was hier los ist, Mann. Aber... Vielleicht können die nichts dafür, Mann. Weißt du, was der Herr Jesus Christus schon damals vor 2000 Jahren erwähnt hat gegenüber diesen Leuten? Matthäus 13, 13. Sie haben Augen und Sehnen. Sie haben Ohren und dennoch hören sie nicht. Verstehst du? Das ist das. Es tut mir manchmal leid, Mann. Eigentlich immer. Ja, eigentlich immer. Mir tun eher meine Geschwister in Christus leid, die aufgrund solcher Menschen den Leid erfahren müssen. Verstehst du? Das ist das. Das ist ein sehr heftiger Song, der wird bald auf Spotify kommen. Das ist das. Oh, my God. Oh, my God. Ja, du hast es, dass du schützt, dass du schützt hast? Du sagst, dass du schützt hast? Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Ja! Er ist irgendwie wieder gut. Da gibt es ein bisschen. Das ist eine kleine Klinik. Geht? 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 zu Lorte Luthers sagen. Was ist denn die Wohle? Tut mir leid, ich habe gerade auf Persisch gesprochen. Ich habe gerade gesagt, damals unsere persische Eltern, wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden angekommen bist, dann sagen sie immer meistens, schau dir nur an einen Haufen von Nichtsnutze, mit denen du abhängst. Immer. Jede persische Eltern sagen das. Egal wie cool deine Freunde sind oder wie gut sie sind, wie nett sie sind. Schau dir diesen Haufen an, mit dem du bist. Warum bist du nicht Arzt geworden, Junge? Warum bist du nicht Arzt geworden? Das ist der Standard-Satz, ehrlich. Das ist dieser typisch persische Satz, gar nicht der Satz. Ach, du machst Dori. Hey, Brun. Du machst Dori, hey, Brun. Nicht du. Ja, nur die Perser können das gerade fühlen, wenn du zum Beispiel ein Wälder, wenn du ein Perser bist. So, wer ist denn mit uns in der Leitung hier? Dein Bruder ist eingeschlafen. So, es hat der Aldi-Talk, okay, Aldi-Talk kann ich schon mit rein, okay. Guck, jetzt hole ich wieder einen Wahl rein und guck mal, was der wieder sagt. Schau mal. Ich krieg direkt wieder gegen seinen Vater. Amir, du wolltest doch Suche 9, Vers so und so an jemanden ausführen. Ich stelle mich zur Verfügung. Traust du dich? Suche 9, Vers 29? Traust du dich? Natürlich nicht. Ich bin ja nicht so ein Dämon, der das macht. Nee, du hast doch gesagt, du willst das an jemanden ausführen. Wallah, ich komme jetzt mit mir. Sag mal, am liebsten würde ich dir mal eine Medizin von dir geben, die du anderen gibst. Zeig uns, dass du wahrhaftig bist und wahrer Christ bist und wahrer Mut im Herzen hast. Ich bin ja ein wahrer Christ, deswegen mache ich das ja nicht. Dann zeig, du hast doch gesagt, du willst das an jemanden ausführen. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin bei dir hier in der Nähe. Ich habe gesagt, ich wünschte, ich könnte euch das einmal das Leid, was die Christen und die Religion durchmacht. Abibi, mach es doch. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin ja nicht so. Wenn ich in der Welt leben würde, wäre ich schon direkt die Lust. Warum greifst du eigentlich den Islam so extrem an? Ich meine, bei der Islam aufruft, mich schon meine Christen umzulegen. Habe ich euch das nicht gesagt? Guck mal, die ganzen Leute, Alger und alle, die du kennst, die kenne ich auch. Ja, wundervoll. Und jetzt? Und eine Sache. Nein, du greifst den Islam an. Du hetzt hier gerade gegen die Muslime. Ach so, hetzt wir uns. Irgendwann böses Blut entsteht und die Leute sich draußen sehen und gegenseitig anstehen. Wer ist denn derjenige, der Hetze und Hass verbreitet? Was meinst du? Du bist der krasseste Hetzer. Du hast mit TikTok angefangen. Ach so, also gibt es noch andere krasse Hetzer. So wie Allah, ne? Wobei, hörte deine Mutter dich nicht reden, Amir, und kriegst zwei Ohrfeigen? Also ich meine, das muss jetzt... Nein, kannst du gar nicht. Meine Mutter hat mit sowas gar nichts zu tun. Guck mal, Amir, warum brauchst du Polizeischutz? Ich brauche Polizeischutz, nein. Ich gehe mal mit dem Handy. Ich weiß nicht, wie du Scheiß das brauchst. Lass uns treffen jetzt, komm. Aber Anwalt, Bruder, du bist wieder so Hasselfeld, genauso wie gestern? Ja, Alvaro, ich bin... Ja, ich will einfach reden. Ich will, dass er seine Religionen schönen, dass die Leute das hören. Bruder, ihr sagt doch zum Beispiel der Islam, der... Guck mal, ich bin ja ein neutraler Mensch, das weißt du, ne? Da kommt der gerade noch rein und sagt, Islam ist Frieden. Ja, das meine ich ja wohl. Islam ist Frieden, aber du wolltest doch mit dem Muslim das durchführen. Islam ist Frieden, aber auf meine Art und Weise. Ja, nein, ist nicht Frieden, wir dürfen uns verteidigen. Du wolltest das mit einem Muslim durchführen. Ich stelle mich zur Verfügung. Ah, also sagst du, dass Surin 9, Vers 29 das allerletzte Dreck ist, ne? Nicht allerletzte Dreck, mach das an mir. Das ist ein Vers, es war Krieg. Kein Problem, die haben den Vertrag gebrochen. Das ist ein allgemeingültiger Vers. Mach das bei mir, du wolltest das doch machen. Ja, ich möchte den Vertrag von Omal an dir praktizieren. Ihr dürft Babys töten. Warum, warum, warum immer nur Babys töten? Ihr dürft Babys töten. Wegen solchen Leute wie euch greift man unsere Frauen draußen an. Stell dich doch mal zur Verfügung hier. Vielleicht kriegst du noch mehr. Mo haben wir dort sehr, sehr viele Dörfer auseinandergenommen und die Frauen erbeutet. Was sagst du dazu? Guck mal, was Christen gemacht haben, Amir, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich danke dir von der ganze Zeit für Kamiluri. Vielen Dank, Anwalt. Guck mal in Bosnien, in Bosnien. Ja, Bosnien, Bosnien, genau. Sehr gut. Abo Shrek. In Bosnien, nein, Bosnien. Der Ex-Muslim warak ja maniak do anto kota do do. Oh, guck mal, wie der Schünen den Koran rezitiert. Habt ihr gehört? Warak ja Hund warak warak hooooh. Habt ihr gesehen, wie er seine Religion repräsentiert? Ist das krass. Ist das einfach krass. Ist das krass. Hallo. Amir nicht aufhalten, ist verschwendete Zeit. Aber ich kann sehr viel, du musst nicht mehr aufklären. Du siehst ja, das ist ja eine sehr große... Nicht lächerlich machen jeden Tag. Lächerlich macht sich derjenige zum Grund vom Bruder... Mit deinem Lachen, hör auf zu stottern. Meldet den alle, dann werden wir den los. Tschüss. Okay, alles klar. Danke dir vielmals für deinen wundervollen Content. Ihr könnt mich nicht melden, man. Rafft ihr das nicht? Nichts melden, diese. Diese Scheik ist gut, der ist am Scheik. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ganz kurz, ich höre euch nicht. Nein, ganz gut. Ja, dann musst du wieder... Ich glaube, Satan hat uriniert. Ja, Mohammed hat ja gesagt, da ist jemand nicht aufgestanden zum Fajr gebet. Da hat er gesagt, ja, Rasulallah, der ist nicht aufgestanden zum Fajr gebet. Da hat er gesagt, ja, Satan hat in seine Ohren reingepisst. Satan tut, Satan pinkelt, Satan stiehlt in US-Haare vor den Hintern der Muslime. Was ist das für Glaube, Mann? Oh, Gott. Auf die Abi. Auf die Abi. Ex-Muslim. Ja. Was kann ich für dich tun? Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Bruder, erstmal nicht hallo. Wie geht's dir? Erstmal Gott grüß dich oder sowas. Gott segne dich und deine Familie. Diese Politik brauchen wir jetzt nicht. Ex-Muslim, guck mal, du weißt, was für die Muslime, was für die Muslime dieser Monat bedeutet, richtig? Das weißt du. Ich weiß gar nichts. Alle Muslime machen das was. Einen Moment mit der. Abgesehen davon, was du davon hältst, ja, wie deine Einstellung ist, du weißt, was die Muslime von diesem, was sie von diesem Monat halten, richtig? Ja, Christen in den islamischen Ländern halten auch sehr viel von ihrem Fastenmonat. Wie geht ihr mit ihnen um? Wie gehen wir denn damit um? Erzähl mal. Ach, du siehst das leid, die Christen nicht, ne? Du siehst nur deine Probleme mit Ramadan, ne? Dass ein... Guck mal, nein, 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 nein. Guck mal, nein, nein. Ein ex-Problem, warte. Nicht nur mit Ramadan. Das ist dein größtes Problem, ne? Nein, nein, nein. Das größte Problem ist, guck mal, ich bin, ich bin ein offener Mensch. Ja, ich gebe jede Religion geben dir Respekt. Aber das, was du machst in diesem Monat, ja, das ist, ich kann das nicht verstehen von dir. Warum hat denn Allah nicht Respekt, wenn das so ist, wie du sagst? Allah hat nicht Respekt? Allah hat überhaupt gar keinen Respekt vor Juden und Christen. Ja, was hältst du denn von einem Gott, der sagt, geh und bekämpfe die Leute und nimm von ihnen Schutzgeld? Ist das Respekt haben von dieser Religion oder was? Ex-Muslim, guck mal, ich sag dir eine Sache, das, was du machst, ist eine ganz, ganz große Respektlosigkeit. So, ich sag dir das im Vernünftigen, im Vernünftigen, ja, das, was du machst, ist eine große Respektlosigkeit. Was deine Meinung ist, da kann keiner was sagen, deine Meinung ist deine Meinung, da kann keiner was sagen. Aber das, was du gegenüber dem nicht nimmst, ist eine große Respektlosigkeit gegenüber meinem Glauben, weil er sagt, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Was machen wir jetzt? Wir können uns nicht helfen, Martin. Wir können uns nicht helfen, das ist das Problem. Lass die Muslime in Ruhe, lass die Muslime in Ruhe, okay? Okay, lass die Christen in Ruhe, geh zu deinen muslimischen Leuten in den islamischen Ländern und sag, hört auf, die Christen zu verfolgen. Ja, das ist jeder, der hier hochkommt, kommt ohne Fakten, ohne ein Vers, ohne eine Quelle. Sie wissen genau, was das für eine Religion ist. Sie wissen genau, sie warten nur, bis sie die Oberhand haben. Alle wissen wir das. Deswegen werden wir niemals aufhören, niemals. Damit noch so viele Menschen glücklich diese Wahrheit führen und ihre Augen nicht verschließen vor dem Wahnsinn. Meinst du, wir sind die dumm, oder was? An alle, bitte, tut mal bitte den Gefallen. Ich sage doch, Menschen, korrekte Menschen, gutherzige Menschen, eure Religion heißt doch auch Frieden, richtig? Kommt hier hoch, hört auf zu beleidigen, er sagt hier gerade gar nichts. Kommt hier hoch, hört auf zu beleidigen, zeigt ein Vers, eine Quelle, wobei er zum Beispiel jetzt Unrecht hat, was der Arme dabei sagt. Er sagt ja auch ein Vers, eine Quelle und sagt, hier, die ist das. Also wenn ihr wissen seid, kommt hier hoch und nicht einfach so dieses, hör auf damit. Das bringt ja nichts. Ihr müsst euch ja quasi da verteidigen, ihr müsst ja eure Religion verteidigen. Schalom und Gottes Segen, meine lieben Brüder. Hallo, ich segne dich und deine Familie, mein Bruder. Super, was ihr macht, mach weiter so. Lasst euch nicht hindern. Ich kann nicht verstehen, wie man so einem Propheten folgen kann, der auf kleine Kinder steht. Das ist für mich unbegreiflich. Statt, dass sie sich darum mal Gedanken machen, kommen sie lieber in den Live und versuchen hier irgendwie zu melden. Sie regen sich darüber auf, dass man die Fakten auf den Tisch legt. Jesus Christus war der Friedefürst. Und was die da machen, Islam ist Frieden. Ich war Samstag auf die Straße, hab da evangelisiert, kamen vier Muslime zum Glauben. Was haben die gemacht? Die haben Steine nach uns geworfen, Eier nach uns geworfen, unsere Mütter beleidigt, aber wir waren dennoch in Frieden. Und dann wollen sie hier sagen, Islam ist Frieden, komm hier rein, wir Internet-Rambos und beleidigen, das geht nicht mehr. Liebe Muslime, bitte ändert eure Gesündung, kehrt um, kommt zu Jesus. Er schenkt wahren Frieden, er schenkt wahre Freude. Lasst euch versöhnen mit Gott. Folgt nicht dem Hass. Wie könnt ihr einem Propheten folgen, der tot ist? Folgt lieber dem, der das Leben in sich hat, der den Tod besiegt hat, der dein Ende ein Ende macht. Ja, genau. Danke dir, mein Lieber. Danke. Gottes Segen. Ich wünsche dir auch. Oder jeder ist gestorben, Leute. Jeder ist gestorben, ob Prophet oder nicht. Jeder ist gestorben, außer Gott. Er ist wieder auferstanden. So müsst ihr das wollen. Er sagt in Offenbarung 1,18, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein Satz, ne? Ich bin der Erste und der Letzte und der Wahrhaftige und der Allmächtige, der kommen wird. Amen, Amen, Gottes Segen. Amen. Ja, der Herr Jesus Christus ist der Gott der Muslime, nur sie begreifen es nicht, das ist das Problem. Sie wollen nicht, dass Gott Mensch wurde, um für sie zu bezahlen, das wollen sie nicht. Sie wollen lieber Mohammed mit sechsjährigem Kind, das wollen sie, das ist für sie heilig. Das kannst du keinem erzählen, ne? Das begreift ein Fünfklässler, würde das begreifen. Möge daher sie recht leiden, Bruder. Möge daher die Ungläubigen recht leiden, ja. Was kann ich für dich tun, Dara? Alles gut, Bruder. Ich bin hochgekommen, ja. Ich wollte ein bisschen reden. Ja, gut, ich will die Muslime mal reinholen, ne? Warte, will ich runtergehen? Ja, ja, dann hol ich dich später wieder rein, wenn ein bisschen ruhiger geworden ist. Ja, okay. Satsache. Ja, manchmal weiß man gar nicht, wer wer ist hier. Ah. Hallo, hört man mich? Ja, man hört sich. Wie geht es euch erst mal? Handel Jesus, uns geht's gut. Hast du Handel gesagt? Handel Jesus. Okay, was heißt das? Gepriesen sei Jesus. Okay, ich wollte nur mal kurz eine Sache sagen. Ich war gestern Muslim. Gestern war ich noch Muslim. Heute bin ich Muslim und morgen werde ich auch noch Muslim bleiben. Allahu Akbar. Sehr schön, Allah, ich werde. Aber warum ist denn deine Religion nicht korrekt zu jedem? Verstehe ich nicht. Der sagt, seid korrekt zu jedem. Aber seine Religion sagt ihm, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt. Und die Religion gänzt nicht Allahsessure. 8, Vers 39. Allah sagt in Sure 2, 216, vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es euch zuwider ist. Siehst du? Und was macht der gute Junge, der hier drin ist? Der sagt, seid friedlich. Siehst du? Allah sagt das eine und der Muslim praktiziert das andere. Krank, ne? Das ist das, was ich zu euch sage, ihr Lieben. Das wie verstörend das ist. Ex-Muslim, du wirst wieder Muslim. Ich spüre das in meinem Herzen. Ex-Muslim, du wirst wieder Muslim. Inshallah wird Allah dich wieder auf den geraden Weg bringen. Ich freue mich auf dich und ich werde dich mit offenen Armen empfangen. Ja, sehr oft. Wenn wir auf einen Tee trinken gehen und danach wirst du Inshallah wieder den geraden Weg bringen. Mit Zai trinken wir mit einer schönen Doppelkopf-Apfel. Mein geliebter Bruder. Aber das sagt doch nichts Schlimmes. Warum sagst du sowas? Genau, ich möchte Kamen-Lurin-Fatpa. Berko. Ja, Bruder. Mein geliebter Bruder. Nur Jesus kann die Rettung bringen, Bruder. Niemand anderes. Niemand sonst. Jesus ist die Rettung, Bruder. Unsere alle Rettung. Amen. Ja, das gebe ich mir jeden Tag den Wahnsinn. Um jede einzelne Seele noch zur Umkehr zu bringen, bevor es zu spät ist bald. Du siehst ja, bald wird der digitale Euro eingeführt, das Bargeld wird verschwinden und die Muslime werden in den noch nie dagewesenen Wahnsinn hinein verfrachtet. Das ist schon echt, geht schon echt auf die Nerven manchmal, diese, dass sie einfach die Wahrheit nicht erkennen möchten, Bruder. Das ist echt schade einfach. Was soll ich dir dazu sagen? Was soll ich dir dazu sagen? Ich meine, wie viele Beweise braucht man denn noch? Dass Jesus Gott ist, also wie viele Beweise braucht man noch? Also, Bruder, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Matthäus 28, Vers 18. Ich habe alle Autorität im Himmel, so auf Erden, Alter. Sehr gut. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich werde... Ich und dein Vater sind eins, Bruder. Johannes 10, Vers 30. Johannes 1, Vers 58. Bevor Abraham ich war. Bruder, das sind... Sehr gut, du bist gut. Du hast dir schon einiges angesammelt. Einiges an Bibelfersen. Sehr gut. Ich komme jetzt sofort wieder. Mach das, mein Mann. Und vor allem das, wo der Philippus, Leute, wo er Jesus Christus, unser Gott, gefragt hat, zeige uns den Gott. Und er gesagt hat, schon so lange bin ich bei euch. Du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Und du fragst immer noch nach dem Vater. Also, ey, noch klarer geht es doch gar nicht mehr. Was würde man denn noch da bewiesen bekommen? Und noch was. Im Koran steht doch, dass Jesus das Wort Gottes ist. Richtig? Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Im Koran steht, dass Jesus das Wort Gottes ist. Richtig oder falsch? So. Allah hat die Welt durch das Wort geschaffen. Also ist das Wort der Schöpfer. Das sagt doch alles. Jesus ist das Wort. Jesus ist Gott. Was gibt es daran, nichts zu verstehen? Ich frage mich manchmal, liest du überhaupt die Bibel oder liest du überhaupt den Koran? Also hat sich schon mal jemand überhaupt mit der Bibel befasst? Ich bin ja am Anfang meines Dings jetzt. Also ich bin ja komplett unwissend. Aber das sind ja schon diese Sachen, dass... Hä? Es ist so einfach. Einfach mal den Augen öffnen und euer Herz öffnen. Mehr müsst ihr nicht tun. Ihr kommt immer hier hoch und sagt, bitte rede nicht so, bitte rede nicht so. Ja, aber das verleugnet ihr. Das, was da drin steht. Seid ihr blind? Bei den Muslimen heißt es ja, die Augen sind blind oder die Herzen sind blind oder keine Ahnung. Nicht die Augen sind blind, sondern ihre Herzen, oder? Bei euch sind nicht nur eure Herzen blind, sondern auch eure Augen blind. Da ist ja komplett alles blind. Oder wollt ihr einfach nur sagen, weißt du was, egal was ist, dass ihr recht habt. Wenn ihr das liest, dann versteht ihr doch. Befasst euch doch damit. Nicht diese Leute, die einfach sagen, mir egal, ob ihr Moslem oder Christ, mir ist sowas von egal. Ihr wisst, ich bin super neutral. Ich hasse so Menschen, die einfach sagen, ich bin Christ, haben sich nicht mal damit befasst, ich bin Moslem, haben sich nicht damit befasst. Ihr habt doch nicht mal ein einziger Vers von eurem Koran, irgendwas habt ihr keine Ahnung, Alter. Ihr habt nichts davon gelesen. Das einzige, was ihr kennt und könnt, vielleicht die ein oder anderen können die El-Fati hauen, die ein oder andere können die Shahada, ja. Und das einzige, was die meisten einfach nur können, die meisten, nicht alle, ich will ja nicht über alle urteilen, ist maximal, man darf kein Alkohol trinken. Man muss jungfrau bleiben, vor der Ehe. Ja, Bruder, ich küsse dein Herz. Das ist aber, wenn du schon sagst Koran, Bruder, wenn du schon sagst Christentum, dann musst du dich doch auch mit deiner Religion befassen. Oder habe ich etwa Unrecht an die Christen und auch an die Moslems, ist ja keine Beleidigung. Ja, dann müsst ihr euch doch auch damit befassen. Nicht diese zwei, drei Sachen und das war's. Und wenn ihr euch damit befasst, dann seht ihr, dass das Wort Gottes Jesus Christus ist. Ja, er ist das Wort. Er ist Gott. Denn ich bin die Wahrheit, der Weg, Gott, ich und Vater sind eins. Wollt ihr sagen, damit ist es gemeint, während er zu Philippus gesagt hat, schon so lange bin ich bei dir und du hast mich immer noch nicht gesehen. Ja, du hast deinen Vater immer noch nicht erkannt und du fragst mich immer noch, wo Gott ist. Wollt ihr mir damit sagen, dass Gott ein Kind hat? So quasi, wenn man ein Kind hätte. Wäre das ja, wäre ja etwas sterblich, oder? Nicht unsterblich, richtig? Gott ist so unsterblich. Leute, ihr habt die Antwort vor euren Augen. Und wenn Gott, ihr sagt, der Gott ist allmächtig, aber ihr akzeptiert nicht, dass Jesus Christus auch in Menschenform da sein konnte für uns, in seinem Menschenkörper. Und wir sagen ja, Gott ist Jesus Christus, richtig? Die Muslime sagen, Jesus Christus ist ein Prophet, aber nicht Gott. Aber ihr sagt doch, Gott ist allmächtig. Warum könnt ihr das dann nicht akzeptieren? Wenn Gott allmächtig ist, kann er doch alles tun. Der kann in ein Menschenform kommen, der kann sogar in ein Tierform kommen, der kann fliegen, das ist Gott. Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Gott konnte Tote zum Leben erwecken, richtig? Wer hat das geschafft? Hat das Mohammed gemacht? Hat er Tote zum Leben erweckt? Nein. So eine Kraft hatte er nicht. Nur Gott kann. Er hat Tote zum Leben erweckt. Tote. Tote. Das war Jesus Christus. Eben, Allah. Ja, du sagst ja, eben Allah, richtig. Aber Jesus Christus hat doch Menschen, also Tote Menschen zum Leben erweckt, richtig. Du hast die gerade selber dir ins Bein geschossen, mein Bruder. Du sagst richtig, Allah. Ja, Jesus Christus hat Tote Menschen zum Leben erweckt. Komplett Tote Menschen. Guck mal, wie ihr euch selbst gerade weggeschossen habt. Er hat blinde Wiedersehen gemacht, ja? Hallo. Hallo, Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Alvaro, du Trittbrettfahrer, was geht? Wollen wir doch mal bitte was? Ich sag, Alvaro, du Trittbrettfahrer, was geht? Du bist sofort runter. Das ist keine Beleidigung. Du sollst verdünftig reden. Das ist eine Feststellung. Eine Feststellung ist, dass Mohammed ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und die Ehe mit neun vollzogen hat und dieses Kind mit Puppen gespielt hat. Das ist eine Feststellung. Du hast doch gesagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ne? Ja, genau. Also, wie dumm kann man eigentlich sein? Jeder weiß, wie dumm kann man sein, ein Gott zu glauben, der ein Schienbein hat und dann auch Haare hat. Keine Ahnung, du bist total unterbelichtet. Unterbelichtet kannst du den Schienbein hat und darauf Haare drauf. Alvaro, du bist so unwissend. Geh runter, du blamierst dich in einer Tour. Okay, das ist schon. Danke für Kackabrot. Möge Gott dir deine Sünden vergeben, Bruder. Amen. Möge Allahs Schienbein auf dir ruhen. Viel, viel Kamelurin auf deinen Kopf. Wie du immer sagst, Bruder, das kannst du doch keinem erzählen. Ja. Gott segne dich und deine Familie, Bruder. Herzlich Willkommen. Gott segne dich. Ich höre dich. Hallo? Hallo, hört mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du dich? Rede. Danke, grüß meine Brüder. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich habe gestern mitbekommen bei Flex, dass es angeblich Allah zwei Beine hat, ein Arm und er ist taub auf einer Seite. Nee, der hat ein Bein, ein Fuß, zwei rechte Hände und wolliges Haar, einen grünen Anzug, ist kleinwüchsig, hat keinen Bart und ist am Lächeln. Nein, das ist Allah. Also das stimmt, okay, okay, das war die Frage. Und dass er mit einem Bein also in der Hülle steckt? Ein Fuß, also die Hölle wird zu ihm sagen, in Zube 50, Vers 30, dass da noch, sind da noch mehr, die ich verzehren kann, wird das Feuer sprechen. Dann sagt Allah, nein, jetzt reicht's. Und dann setzt er seinen Riesenfuß in die Hölle rein. Ah, okay. Der wird dann auch so streiten wie ich kann. Ah, so. Da hab ich ja noch was mitbekommen, das da mit dem Stein, stimmt das? Äh, ja, also der Moses nicht. Dass er den Stein Käfer genannt hat und den ständig draufgehauen hat? Äh, das weiß ich nicht, aber der Moses hat seine Kleider zum Trockenen auf einen Stein gelegt und dann musste er nackt hinter dem Stein herlaufen, weil der Stein mit seinen Klamotten abgehauen ist. Ja. Warte mal, ich habe noch eine Frage gehabt. Warte mal kurz, ich muss mal lesen. Was hast du für eine Frage gehabt? Warte kurz, ich stumme mich mal kurz, Amir, okay? Ja, okay. Oder komm einfach gleich wieder rein. Ja, okay, okay. Okay, jetzt halt. Hallo, Alvaro. Gott, es Siegen läuft. Gott, es Siegen läuft. Gott, es Siegen läuft. Gott, es Siegen läuft. Also, Alvaro, ich wollte dir ja sagen, weil ich schon ein paar Tage beobachte ich das. Pass mal auf, auf die Leute, die wollen dich wieder zurückziehen. Ich habe gestern auch so gemerkt, diese, diese, weiß ich nicht, Inger, wo zwei hat es, Gott zwei, zwei oder sowas. Der ist also das Schlimme. Dann merkt man, wenn jemand ist gut und dann hört man so Leute, der will dich wieder zurückziehen. Das bin ich. Warte mal, Bruder, ich sage dir eine Sache. Ja. Und wenn du dein Herz und deine Seele, ja, wirklich deinen Gott liebst und deinen Gott akzeptierst, Genau. Wirst du dich von keinem Menschen dieser Welt davon in der Ehre leiten führen. Verstehst du? Und ich hoffe, ich hoffe, weil ich sehe dich auch, du hast so einen Schuss, also so einen Glaubensschuss gekriegt, dann glaube ich nicht, dass du wiederkommst zurück zu Muslimen. Nein, nein. Bruder, allein schon, guck mal, allein schon, wenn man sagt, falsche Propheten werden in großer sozial auftreten, verstehst du, mein Bruder? Allein, allein, das sagt schon alles, mein Bruder. Und das, das sage ich euch auch, Amir und ihr, Alvaro, dieser Satz ist von Bibel geklaut mit der Entblössung von dem Allah, sein Bein, weil das war nicht Entblössung, nur das stand in Bibel, dass jede Knie sich beugen würde und die hätten das genommen im Koran, als Allah würde dann, weil sie unsere Beine zeigen, also das war, also die wollen nicht wortwörtlich das abschreiben, aber die wollen das zeigen, also von Bibel, das würde sich jede Knie beugen, von jedem. Danke dir, Otto, Gott segne dich. Ja, ich auch. Gott segne dich, mein Bruder. Also, Alvaro, bleib stark. Danke, mein Bruder, 100 Prozent, auf jeden Fall. Also, selbstverständlich. Ja, gutes Sieg, Bruder. Weißt du aber, was ich richtig, richtig krass feiere? Was denn? Hört mal ganz genau zu, Wallahi, ihr seid zwei Opfer. Ihr redet über den... Okay, ja, aber wir gehen jetzt in einen Bodenwaden, die Tote und die Tote und die Tote. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ich habe zitiert. Ja, ja, ja. Hast du das gesehen? Das ist, das ist gerade dein Frieden. Das ist Islam praktizieren in seiner Abscheulichkeit. Habt ihr gesehen? Das ist Liebe. Boah, wie ist es? Aber ich antworte ihn jetzt zurück. Ich antworte ihn jetzt zurück. Ich weiß nicht, was dein Gott dir beigebracht hat, mein Bruder, aber mein Gott hat gesagt, vergebe ihn. Deswegen, ich vergebe dir deine Sünde. Ja, aber. Sehr gut. Ja, das ist der Unterschied, ne? Sie wissen ganz genau, dass sie nach ihrem Tod für alle Ewigkeiten verloren gehen und die Christen werden dann nach Hause gehen, zu ihrem himmlischen Vater, wo sie hingehören. Amen. Ist das peinlich, ne? Ist das peinlich für den Islam, dass sich solche Muslime, also das immer wieder, das ist ein Phänomen, das wir bestaunen dürfen. Nur Muslime benehmen sich so krank, ne? Keine Christen, keine Buddhisten, keine Hinduisten, egal wie sehr oder wie heftig das Gespräch ist. Klar können hier und da mal ein bisschen hitzige Debatten entstehen, aber so diese Redensart ist... Bruder, das Ding ist ja, sie akzeptieren einfach nicht. Ich bin einfach hier, weißt du, ich stelle niemanden bloß, ich rede nicht mal schlecht über eine Religion, Bruder. Ich sage einfach nur von unseren Brüdern, die zum Beispiel wieder Moslem sind oder Christen sind, ne? Ich sage, guck mal, so wie die Muslime das machen und sagen, guck mal, der Weg ist Allah, ne? Also Islam. Und ich sage, der Weg ist Christentum, ja? Beziehungsweise Jesus Christus ist der richtige Weg. Das war's. Aber wir sollen akzeptieren, sie akzeptieren nicht und beleidigen? Hä? Das machen wir sehr, mein Bruder. Bruder. Ja gut, wir dürfen nicht zurückbeleiden. Hallo, schick, schick. Ach, mein Bruder. Und ich grüße auch dich, Alvaro, mein Bruder. Gott segne dich und deine Familie, Bruder. Herzlichen Dank. Gott segne eure Familien auch, meine Brüder. Gott segne eure Familien auch. Ist doch wunderschön zu sehen, wie die Muslime immer an Ramadan ihren Propheten am besten folgen, oder? Ja. Nein, das ist sehr, sehr gut. Immer schön diese schönen Wörter benutzen, damit alle Menschen sehen, dass der Islam einfach nur aus der ganzen Welt verbannt werden sollte. Einfach nur aus der Welt raus. Damit alle Menschen in Ruhe leben können. Ganz ruhig, dafür beten wir auch. Einfach alle leben und auf den Mars schicken. Dort können die dann ihre Steinigungen machen und alles möglich. Ja, genau. Nimm einfach mal den Islam aus meinem Land, dann wisse sehen, was aus dem Iran wird. Und ein aufblühendes, aufstrebendes Land, das mit an der Verwirklichung der Veränderung der Welt mitwirken würde. Ich glaube es mir. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ich glaube es mir. 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 Und sprach nicht im übertragenen Sinne. Daher, er solle explizit sein. Also in den PINIS seines Vaters beißen. Es scheint, dass du damit nicht einverstanden bist, sagte er. Ich werde diesbezüglich niemals Besorgnis gegenüber irgendjemandem zeigen. Wahrlich. Ich habe den Propheten. Möge auch mal ihn segnen und ihm Frieden schenken. Sagen hören. Also er hat es gesagt. Tamam, tamam, Bruder. Tamam, chill doch mal. Warte doch. Lass mich noch einmal ausreden. Warte mal kurz, warte mal kurz. Guck mal. Lass mich noch einmal ausreden. Ich habe hier was Schönes gefunden. Lass mich zu Ende zitieren, danach kannst du reden. Guck mal, der lügt mit einem deutschen Namen und ist ein Moslem. Ja, ha, ha, ha. Guck hier, stimmt. Wer sich selbst in der Absicht... Das ist so gute Voraussetzungen für ein Moslem. Ja. Sehr gute Voraussetzungen für ein Moslem. Bleib mal ruhig. Das ist auf einmal Ali. Bruder, wie er Angst hat, wie er Angst hat, dass ich das zitiere und sich Detlef nennt. Das ist der Wahre. Guck mal hier. Soll ich mal anfangen oder willst du zu Ende reden? Ja, ja. Lass mal zu Ende reden, bevor du quatschst. Also, wer sich selbst in der Abstammung einer Zuschreibung der Jairiyah zuschreibt, sagen sie ihm, er solle in das männliche GLIED seines Vaters beißen und nicht im übertragenen Sinne sprechen. Das befindet sich in den acht zu heiligen Büchern des Islams. Mascha Allah. Mascha Allah. Mascha Allah. Mascha Allah. Oh mein Gott, das ist... Er redet über homosexuelle Islam sagt, müssen wir uns jetzt unser Gebet machen vor einem homosexuellen Armin. Du kennst den Adi. Scheiße. Ja, ja. Wurde gesagt, das ist ja natürlich. Der Wahnsinn, ey. Wirklich, der Wahnsinn. Wer im Glashaus sitzt, sollte nie mit Steine schmeißen. Ihr geht und googelt einfach nach. Grausame Bibelzitate. Das ist das beste, was die könnten. Einfach. Einfach. Ist das krank? Der Bruder, das ist infektiös. Natürlich, wenn seine Religion den Wahnsinn beinhaltet, dann muss er natürlich auch gucken, dass er irgendwie was im Internet findet gegenüber der Bibel. Aber nein, für die Bibel kannst du nicht angreifen. Ja, aber somit greift er auch das Wort seines Gottes an, oder? Obwohl er das nicht derjenige war, der das herabgesagt hat. Die Quellen bringt ja auch wieder keine. Bruder, der Islam hat so viel, ey. Wenn ich anfange, jetzt brauchen wir ihn auch. Bruder, sollen wir zeigen? Über Mohammeds heiligen Exkremente. Über sein Urin. Über sein Kot. Über sein Blut. Über sein Blut. Ja, sehr, sehr schmackhaft. Können wir zeigen? Hier, bitteschön. Ihr seid in doppelt Gefahr. Wenn zwei Schechs und zwei Schechs hier auf einmal am Start sind, seid ihr doppelt gefährdet. Doppelt gefährdet? Seid ihr doppelt dreifach gefährdet. Schau mal hier. Gehen wir mal los. Komm hier. Mohammeds Urin. Mohammed sagte, sein Urin ist ein Heilmittel gegen Magenbeschwerden. Steht in Al-Sira al-Nabawiyah von Ibn Kafir Band 4. Also alles immer schön mit Quellen abgedeckt. Seite 462. Mohammeds Urin machte wassersüß und kühl. Pöstlich. Es steht in Dalalil Nabuha von Al-Baykai Band 2. Maka. Mohammeds Blut. Sie haben sogar Mohammeds Blut getrunken, wie die Vampire. Das Trinken von Mohammeds Blut rettet einen vor dem Höllenfeuer. Das steht in Ashifah von Qadi Niyah von Gerd Abdel Raouf Hiba Seite 80. Das Trinken von Mohammeds Blut half vor den Menschen sich zu retten vor dem Höllenfeuer. Sogar von Korofili steht hier drinnen. Mohammeds Kot roch nicht schlecht. Abu Bakr bin Sadiq Al-Maliki berichtete in seinem Buch Al-Badi der Wunderbare in den Zweigen der Al-Malikiyah der Maliki-Schule der Rechtswissenschaft über beide Aussagen, die von Menschen mit profundem Wissen diesbezüglich angenommen wurden und untersuchte sie in Bezug auf ihre Schafidische Rechtsschule. Er beschloss und erklärte, Friede sei mit ihnen, hat nie etwas Schlechtes oder Unangenehmes ausgeschieden. Ashifah von Qadi Niyah von Gerd Abdel Raouf Hibiyah Seite 79. Mohammeds Vitalien werden automatisch von der Erde verschluckt. Maschallah, Bruder. Dann geht es noch weiter und weiter. Mohammeds Schleim. Mohammeds Schleim wurde als Gesichts- und Körperlotion verwendet. Sahir Al-Bukhari steht das drinnen. Ein, 27, 31 und 27, 32. Mohammeds Bucke. Mohammeds Speichel versorgte Babys mit Nahrung und Trost. Mohammeds Schweiß ist das wohlriechendste Parfüm. Sahir Muslim 23, 31. Hey, das ist doch nicht mehr normal. Kehrt um zu Jesus Christus, bitte, liebe Muslim. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist traurig, was für ein Kult die daraus gemacht haben. Das ist nichts anderes als ein Kult. Und dann sagen die, ihr vergöttert Jesus Christus. Wie nennt ihr denn das, was ihr da macht? Ihr trinkt sein Blut, ihr trinkt die Kacke von ihm, alles. Ja. Ja. Und dann sagen die immer, wir würden auf Kacke backen. Und tun das aus dem Kontext reißen. Ich hab die Fatwa hier, in dem der Sheikh sagt, ja, dürfen wir von Kuhmist auf Kuhmist backen. Das ist gegeben in Islam. Ich bin ehrlich, oder? Ich wusste das nicht. Was? Ich wusste gerade nicht mal das. Das ist krass. Bruder, ich schick dir alles. Das, was du gerade gelesen hast, der Sheikh, ne? Ich wusste das nicht mehr. Ich schick dir alles. Das ist sehr, sehr krass. Ich schick dir alles. Schick mir, Bruder. Schick mir auf Instagram, Bruder. Das ist krass. Wir schreiben nachher. Ich schick dir mein Telegram-Adresse. Ich schick dir alles. Danke, mein Bruder. Krass, krass. Wow. Hauptsache, du kannst für einen guten Kampf kämpfen. Ich spielst du dann jetzt, mein Bruder. Boah, krass. Einfach nur krass. Ja, ist noch nicht alles, Bruder. Noch lange nicht alles. Ich schick dir alles. ist alles mögliche wie kann es dann bitte schön dann gelogen sein bis zu sagen dein koran ist dann gelogen verstehst du was ich meine deswegen aber ich würde das auf jeden fall auch überprüfen ich bin wie gesagt ich bin immer ein mensch auch wenn ich christ bin auch wenn ich nur an jesus christus glaube an mein gott glaube ja nur auf ihn höre nur an ihm glaube bin ich trotzdem ein neutraler mensch und möchte auch trotzdem immer mehr wissen das ist ja das ist ja halt dieses menschliche ich will hat immer mehr erfahren mehr wissen mehr lernen deswegen ist es macht wurde wissen es macht rückwärtsparken immer gefährlich ich weiß wie das funktioniert jetzt jemand sein paket was ist jemanden sein paket abliefern sturm schaltpaket sturm ich mache jetzt mal ein bisschen schluss ich glaube ich komme gleich noch mal live zu gut machen das ist eine einzige lüge jesus christus bleibt die einzige wahrheit und deine familie mein bruder im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes amen ok liebe macht's gut ja dankeschön dass sie dabei war danke fürs liken teilen wie auch immer die ganzen geschenke dankeschön von ganz herzen möge der herrlich segne bis später ja gottes segen tschau